Ganz ungescriptet jetzt. Gibt's irgendwas, über das du heute nicht sprechen willst, Benni? Wir machen jetzt hier so einen Retreat mit dem stärksten Psychedelikum der Welt. Bist du dabei? Ich sag, boah, ich hab da mega Angst vor. Ich mach das. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich verrückt werde oder nicht. Ich konnte halt nix. So, und das war der Grund, warum ich mich freiwillig für Gewaltlosigkeit entschieden habe. So, und jetzt ist es was anderes. Ich will sterben. Ich will hier die dunkle Energie. So, ich will mit dem Teufel eins werden. Und das ging. Und da war auf einmal neue Energie. Weil ich dachte, okay, ich hab hier so eine dunkle Seite. In dem Moment, wo diese Kampfsituation wieder war, war mir nicht mehr schwindelig. Der hat wirklich ein Messer. Der will mich fucking umbringen. Ich muss den zuerst umbringen. Dann wird alles klar. Dann gibt's den Tunnel und ich dachte, wie krass ist das denn? Ja, grüßi wohl, meine Freunde der Freiheit. Und willkommen zurück bei The Chain is Live. Deinem Podcast für Bildung, die befreit. Und heute habe ich mir mal meinen eigenen Podcast zunutze gemacht, um mich selbst weiterzubilden. Nämlich bei einem der wohl mittlerweile bekanntesten Podcaster in Deutschland. Er hat es nämlich geschafft, in den letzten zwei Jahren nicht nur, was seine Zuhörerzahl, sondern auch was seine Gäste und seine Gespräche betrifft, ganz oben mitzumischen. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Denn er hat mich vor einem Jahr bereits mal angeschrieben. Und da war er noch halb so groß und hat aber auch schon dort sehr interessante Gespräche geführt mit Gästen, die ich auch schon bei mir auf dem Podcast hatte. Und ich hatte das Gefühl, wow, er macht was besser als ich. Und ich sage immer, wenn jemand etwas besser macht, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst weiterhin von außen zuschauen, vielleicht sogar neidisch werden und nie diesen Fortschritt machen, den du eigentlich machen könntest. Oder du kannst diesen Neid umwandeln in eine Form von Bewunderung und durch diese Bewunderung dann auch auf diese Person zugehen und sie dann fragen, hey, wie machst du das genau? Und das habe ich heute in diesem Gespräch gemacht. Ich habe Ben von Ungescripted persönlich gefragt, wie er es geschafft hat, in den letzten zwei Jahren so bekannt und auch so erfolgreich zu werden. Und zusätzlich dazu gehen wir auch in ganz viele Themen rein, die ich persönlich gar nicht erwartet hätte, denn Ben ist als Podcast-Host wirklich ein Interviewer. Er bringt sich persönlich gar nicht mal so viel ein und deswegen konnte ich heute viele interessante Sachen aus ihm rauskitzeln, die du vielleicht sogar als treuer, ungescriptet Zuhörer noch gar nicht weißt. Wie zum Beispiel seine 5-MAO-DMT-Erfahrung, die ihn nach seinen eigenen Aussagen fast zum Wahnsinn gebracht hat oder auch der Tatsache, dass Ben tatsächlich sogar schon probiert hat, mit seinen Kindern chainless, ortsunabhängig zu leben und warum das vielleicht nicht so geklappt hat, wie er es sich vorgestellt hat, auch das erfährst du heute neben ganz vielen anderen Themen, die wir heute besprechen. Es ist für mich persönlich eine absolute geile Folge geworden. Ich konnte sehr viel selbst daraus lernen und deswegen weiß ich, dass wenn du jetzt hier zuhörst, du auch auf deine Kosten kommen wirst. Und deswegen sage ich jetzt viel Spass, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Ben von Ungescriptet. Ja, wie du siehst, Benni, ich habe hier noch so ein Blatt auf dem Tisch, weil ich nicht ganz so ungescriptet wie du die Podcasts mache. Aber dennoch bin ich extrem pumped, jetzt hier mit dir einzusteigen und mal eine Gegenrunde zu kriegen. Du durftest mich ja letzte Woche auseinandernehmen. Von auseinandernehmen hast du nichts gesagt. Hätte ich das gewusst, dass ich dich auseinandernehmen durfte, wäre der Podcast vielleicht aber anders gelaufen. Ja, also du darfst mich auch jederzeit versuchen auseinanderzunehmen, wenn die Leute irgendwann Bock haben, das nochmal zu hören. Heute nehme ich dich auseinander. Geil. Und ich sage auch schon mal danke für die Premiere, dass du dich hier eröffnest. Ich habe viel über dich mittlerweile auch erfahren über deine Gespräche. Ich habe mich auf deiner Webseite ein bisschen durchgelesen. Würde aber jetzt aus persönlichem Interesse, weil es ja mein fucking Podcast hier, direkt mit dem Thema Podcast auch starten, weil dort bist du ja seit über einem Jahr auf der Überholspur. Also machst du einen richtig krassen Job. Viele Leute sprechen auch über dich und über deine Gespräche. Ich habe einige Folgen auch schon von Soran zum Beispiel meiner Mutter geschickt, die auch ein großer Fan geworden ist. Geil. Das ist übrigens auch witzig, weil ich habe gar nicht gewusst, wer das ist. Und dann haben immer mehr Leute mir geschrieben, hey Misha, du musst mal Soran auf deinen Podcast holen. Und ich so, wer ist denn dieser Soran? Habe ich das gegoogelt und dann habe ich wieder dich gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, der Benni, der muss da irgendwie… Ich habe da die Connection. Genau. Was mich mal interessieren würde, sind die Podcasts wirklich ungescriptet? Du warst ja letzte Woche in einem ungescriptet Podcast. Hattest du das Gefühl, dass das gescriptet war? Was mich einfach interessieren würde, ist, wie bereitest du dich vor auf so ein Gespräch? Weil irgendwo musst du ja eine gewisse Art und Weise ein paar Sachen in deinem Kopf haben. Also das heißt ungescriptet, aber das heißt ja nicht unvorbereitet. Und die Schwierigkeit für mich ist, also ich bereite mich vor, ich weiß ungefähr oder so genau wie möglich, wer kommt. Und dann überlege ich halt, mit wie könnten wir starten. Also entweder passiert das so, dass das Gespräch von Natur aus einfach entsteht. Die kommen hier rein und erzählen irgendwas. Und sagen zum Beispiel, so eine Scheiße, mein Freund ist echt ein Wichser. So, das sagen die Off-Camera. Und aber okay, das geht in denen vor. Und ich versuche dann entweder in das Thema, was die aktuell bewegt, einzusteigen. Und dann ist häufig so, dass wenn du die Nadel quasi so tief wie möglich in das Thema steckst, was einen so anspringt, dann gehen auf einmal ganz viele andere Sachen auf. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit, mein Freund ist ja totale Wichser. Okay, warum denn? Ja, der hat, keine Ahnung, mit einer anderen Frau. Ja, wir haben die Beziehung geöffnet. Das ist jetzt als Beispiel. Oder komm, die hat die Beziehung geöffnet. Ja, wir sind schon seit zehn Jahren zusammen. Wir haben zwei Kinder. So und auf einmal geht so die ganze Welt von denen auf. Und dann versuche ich halt da reinzugehen und frage tatsächlich das, was mich interessiert. Und das ist tatsächlich ungeskrippelt. Und warst du da auch schon mal Off-Limits mit deinen Fragen? War ich schon mal Off-Limits? Das musste die militärische Veganerin fragen, die hier rausgeraten ist und mich angeschrien hat. Also scheinbar ja. Ich glaube nicht, dass ich mit meinen Fragen Off-Limits war. Also ich stelle vorab, ich hoffe, ich habe sie dir auch gestellt. Ja, habe ich. Also ganz sicher. Sehr sicher, 80 Prozent. Immer die Frage, über was möchtest du explizit sprechen und über was möchtest du explizit nicht sprechen? Und wenn die dann sagen, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, über mein Ex-Frau oder über, keine Ahnung, das Finanzamt oder dass ich gar nicht in Deutschland wohne, dann mache ich das auch nicht. So und dann sage ich aber explizit noch dazu, wenn ich dir zu nahe komme mit meinen Fragen, also wenn du dann doch merkst, hey, da gibt es ja diesen Bereich, ja, keine Ahnung, dann sag mir das. Aber wenn du mir das nicht sagst, dann grabe ich halt, weil das ist halt mein Game. Ganz ungescriptet jetzt. Gibt es irgendwas, über das du heute nicht sprechen willst, Benni? Jetzt voll in der Folge schon. Ja, alles gut. Ich spreche immer, ich habe mir so eine Regel gesetzt, nach Möglichkeit nicht über andere Menschen zu sprechen, sondern mit. Das geht natürlich nicht immer, weil wir natürlich nicht alleine auf der Welt sind. Genau. Aber sofern das möglich ist, versuche ich das zu vermeiden. Gab es schon mal Gäste, die gesagt haben nach einem Gespräch, hey, ich will die Folge nicht bringen oder ich will Sachen rausschneiden, die irgendwie gesagt wurden? Ja, klar. Also beides. Also sowohl, nimm die ganze Folge runter und es sind auch zwei, drei Folgen, die ich runtergenommen habe. Ich habe noch nie eine Folge wegen mir runtergenommen, sondern immer, weil der Gast gesagt hat, ey, kannst du die runternehmen? Und ich will, also mein Ziel ist, dass der Gast hier rausgeht und eine positive Experience hat. Also was ich nicht will, ist, dich in meinen Podcast einzuladen. Dann schreist du mich an und sagst, was bist du für ein Affe? Nimm die Folge nicht online. Dann sage ich, ich habe die aber schon aufgenommen. Dann habe ich ganz viel negative Energie und da habe ich ja nichts von. Und so sind zwei, drei Folgen, sind halt offline aus verschiedensten Gründen. Und ich habe auch immer, und das versuche ich, das sage ich nicht immer, aber zum Briefing, dass mich diese Rausschneiderei nähert. Ich will eigentlich, oder ich schneide grundsätzlich nicht. Das gibt es ganz wenige Ausnahmen von wie zum Beispiel, keine Ahnung. Dann habe ich eine Frage gestellt und gesagt, ja du, da sind wir gerade in einem Prozess und wir haben uns, bis der Prozess zu Ende ist, darauf geeinigt, dass wir nicht öffentlich darüber sprechen. Das habe ich dir vorher in meinen Fragen nicht gesagt, können wir das einfach rausnehmen? Ja, fair enough. Und dann sage ich, ja, aber was ich auch schon mal hatte, ist zu sagen, dass jemand gesagt hat, du, pass auf, ja, dann schick mir doch mal den Rohschnitt zu und dann können wir da nochmal drüber gehen. Und ich denke, Junge, wir haben drei Stunden gesprochen, jetzt hier irgendwie 14 Versionen davon zu machen, dann hörst du die an und dann geht's, also, boah. Ja, man kann es ja am Ende wirklich nie wissen und das ist das, was ich jetzt auch, wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, das ist mir jetzt in den letzten Monaten zweimal passiert, dass eine Person direkt nach dem Gespräch dann auch schon so ihre Bedenken mit mir geäußert hat und dann bei der einen Person war es jetzt eindeutig dann, dass sie nach dreimal rauskappt und dann gesagt hat, sie will sie gar nicht bringen. Und jetzt, gestern ist auch wieder so ein Fall entstanden, bin ich gespannt, wie sich das ergibt. Was kann man da machen? Also, was ist deine... Also, ich sage das mittlerweile halt, wenn ich das Gefühl habe, jemand, das sind ja häufig bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. So, dann haben die bestimmte Narrative, oder nicht Narrative, sondern ich nenne das immer den Pressesprechermodus. Die haben halt 500 Textbausteine, die die in jeder TV-Sendung, in dem Podcast droppen. Und mein persönlicher Anspruch ist, aus diesem Pressesprechermodus rauszukommen und ich höre schon, die haben bestimmt diese Tonlage. Ich habe mich ja dann vorbereitet und ich habe das schon zehnmal gehört, was die gesagt haben. Und dann denke ich, okay, du denkst jetzt, ich höre das zum ersten Mal, aber das ist gar nicht so. Und das ist jetzt hier du, der Schauspieler auf der Bühne und ich will dran vorbei. Weil sonst brauchen wir uns nicht unterhalten, sonst kannst du dann dein eigenes Video machen. Und das wird dann, da ist halt dann die... Da gilt es halt, vorsichtig zu arbeiten, ohne den bloßzustellen. Genau, weil es wird ja auch langweilig dann. Also ich merke das selbst auch immer wieder. Ich habe auch mittlerweile angefangen, solche Leute gar nicht mehr einzuladen, wenn ich merke, dass die auf jedem Podcast das Gleiche sagen. Und dann zum Teil, ich auch merke, dass die das gar nicht anders wollen, weil das ist ja dann auch schnell ein Angriff für die. Also das ist auch etwas, was ich zuerst mal verstehen musste, dass, wenn ich jetzt als Gast bei dir wäre, das würde mich übrigens auch interessieren, vielleicht, da du ja letzte Woche mich drauf hattest, von einer Skala von 1 bis 10, so hier ist so der krasseste Pressesprecher-Dude, der einfach alle Punchlines raushaut und hier ist so wirklich jemand, der 100% spontan ist. Wo würdest du mich einschätzen? Guck mal, jetzt wirst du ein bisschen nervös, ne? Ich würde, also wenn 10 der ultimative Pressesprecher ist, würde ich sagen, bist du eine 4 bis 5. Okay, okay. Weil du ja, du stehst ja einfach in der Öffentlichkeit. So, das heißt, du hast auch schon tausend Videos gemacht und vor jedem Video überlegst du dir, wie möchte ich wirken? So, und hier ist eine Kamera im Raum, du sprichst in ein Mikrofon. Das ist einfach der Modus, das ist halt wie wenn du ins Gym gehst und du hebst einen Handel hoch. Dann hebst du dich auch nicht irgendwie so hoch, sondern da geht automatisch der Handel hoch. Okay, da ist eine Körpergrundspannung. So, und die, wenn du jetzt Yoga, du hast ja erzählt, dass du Salsa versuchst zu tanzen. Ja. Ja, du gehst natürlich mit deinem Bodybuilder-Mindset in einen Salsa-Kurs. Ja, stimmt. Und versuchst halt, so, und dann bist du halt der Bodybuilder. Und das gilt es quasi aufzulösen. Und weil du da, du willst ja nicht der Bodybuilder sein, aber du hast die Erfahrung des Bodybuilders, hast du diesen Modus. Und genauso, wenn du vor der Kamera hast, hast du den Pressesprecher in den Kameramodus. Und den hast du einfach. Und wenn du noch nie vor einer Kamera gesprochen hättest, dann wärst du halt aufgeregt. So, du bist ja nicht aufgeregt, dafür hast du den Modus. Und meine Aufgabe sehe ich darin, daran vorbeizuschiffen und sagen, wie ist denn der Mischer wirklich? Ja. Also ich finde, ich war eher so bei einer Drei, weil ich auch im Nachhinein so gemerkt habe, ich habe so ein paar Sachen so gedroppt, die ich eigentlich ganz anders hätte auch beantworten können. Aber ich habe sie eben genau so beantwortet, wie sie dann halt hochgekommen sind. Aber spannend, wie du das wahrnimmst. Wie wählst du dir denn deine Gäste aus? Weil du hast ja nicht nur so bekannte Leute drauf. Vor allem auch früher hattest du ja auch ein paar Leute, die ich persönlich noch nie gehört habe. Wie Soran zum Beispiel. Ja, Soran zum Beispiel. Worauf legst du Wert? Dass mich das persönlich interessiert. Weil, als ich einen Podcast gestartet habe, ich habe das mit meiner Freundin besprochen. Sie hat gesagt, ich will so einen geilen Podcast machen. Und die kommt halt so richtig hardcore aus dem Marketing. Und die hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt mal Customer Personas. Wer ist deine Zielgruppe? Für wen machst du das? Und dann können wir uns einen Namen überlegen. Ich sage, nee, nee, nee. Wir brauchen hier überhaupt keine Customer Personas. Ich will das machen, weil ich da Bock drauf habe. Ich will die Fragen fragen, auf die ich Bock habe. Ich will mit den Leuten sprechen, auf die ich Bock habe. So, und die Customer Persona bin ich. So, und die Grundidee ist, dass ich vermutlich nicht der einzige Mensch bin, dem das so geht. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht die Grundunterscheidung zwischen, baue ich ein Produkt, um das zu skalieren, oder mache ich in Anführungsstrichen Kunst? Weil der Künstler, sei es jetzt ein Musiker oder ein Maler, der setzt sich halt nicht hin und sagt, okay, was ist meine Customer Person? Ich will ein neues Lied schreiben. So ein Reinhard May. So, der denkt ja nicht, okay, Ilse 55. Was interessiert, sondern der interessiert, was ist das nächste große Ding? Was ist ein Lied, was geil ist? So, und ich will mich jetzt nicht mit den großen Künstlern und Reinhard May vergleichen. Aber Kunst, es ist Kunst. Es ist, wenn du den Kunstbegriff so siehst, als das danach streben, was ich spannend finde, dann wäre es Kunst. Wenn du Kunst definierst als was möglichst Schönes, das muss jeder selbst entscheiden, ne? Ich will mich da gar nicht als Künstler oder was aufspielen, aber das war das, was ich quasi, ich hab am Anfang, ich fand Soran spannend. So, ich kannte Soran so privat, so halb zumindest. Und ich dachte, okay, lass mal einen Podcast machen, das ist doch irgendwie spannend. Der fand Podcast spannend, ich fand Podcast spannend. Und dann bin ich da so reingerutscht. Und über die Zeit habe ich halt gemerkt, okay, das finde ich spannend, das finde ich spannend. Und deswegen habe ich auch so, hier mal einen Psychologen, da so dieses Unternehmerding, dann jemand komplett aus anderen Sachen, weil mich das, weil ich hab so ein ADS-Gehirn. Ich finde heute, keine Ahnung, Flugzeug spannend. Und morgen was ganz anderes, da sind mir Flugzeuge komplett egal. Gibt es irgendjemand, der dich mal so richtig gelangweilt hat? Da ich ja gesagt habe, ich würde nicht über andere sprechen. Kannst du einfach mit Ja oder Nein antworten. Nee, so richtig gelangweilt nicht, aber ich sehe ja meine Aufgabe, den aus dem Pressesprecher-Modus rauszuholen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist das mein Fehler. Ja. Und mein Leben hat sich so vor ein paar Jahren drastisch geändert. Also ich mache hier so 12 Pro Tools von Live Peterson gehört und Multiple gehört. Krasses Buch, ey. Ultra. Und eine dieser Regeln ist, sinngemäß, jeder Mensch weiß etwas, was du wissen solltest und deine Aufgabe ist herauszufinden, was das ist. So, und früher bin ich immer durchs Leben gegangen und denke, ich bin der Geilste hier, ich bin der Geilste da und ja, ja. Und jetzt denke ich genau das. Und das treibt halt meinen Podcast an. Und wenn jemand was Langweiliges erzählt, dann denke ich mir, Benjamin, was bist du für ein Otto? Geil. Er redet hier einfach was Langweiliges, was ist an dem Menschen, was weiß der, was ich wissen muss. Und that's the game. Ja. Und würdest du sagen, du konntest es bisher in jeder Folge schaffen, etwas zu lernen, also wirklich etwas Substantielles, also etwas, was wirklich auch Relevanz hat für dich. Oder gab es auch Podcasts, wo du danach so dachtest, so fuck, irgendwie war das jetzt doch nicht so geil. Natürlich gab es Podcasts, mit denen ich nicht so zufrieden war, wo ich dachte, ja, eigentlich wusste ich das. Aber selbst dann hat das ja ein Meta-Learning. So hat das, okay, warum habe ich den denn eingeladen? Ich dachte, das wäre irgendwie spannend. Dann ist es aber doch nicht so spannend geworden. Oder ich habe es nicht geschafft, den aus dem Pressesprecher-Modus rauszuholen. Wie kann ich das in Zukunft besser machen? Und für mich geht die durchschnittliche Qualität des Podcasts, also im Sinne von die durchschnittliche Qualität einer Folge, wie viel nehme ich daraus mit, hoch. So, das heißt, mit jeder neuen Folge merke ich so, ah, krass, wieder was gelernt. Und für mich ist so ein Indikator, ich merke das in der Folge gar nicht, sondern ich bin in der Folge, versuche ich mich quasi komplett auf deine Perspektive einzulassen. Und wenn du, keine Ahnung, ein Massenmörder wärst, dann würde ich versuchen, deine Perspektive zu 110 Prozent zu verstehen und mich da so reinzutauchen. Also, das kannst du doch nur, weil du so dissoziiert von deinen Gefühlen bist. Das kann natürlich sein, aber das ist das, was ich versuche. Ich versuche, deinen Standpunkt einzunehmen und dann ist es erst so, dass, wenn ich rausgehe und dann sitze ich am Fahrrad, denke ich mir, wow, krass. Das war jetzt, hatte ich noch nicht, aber so als Beispiel, das, der ist eigentlich ein Massenmörder. Der ist eigentlich, das ist ja crazy. Merke ich manchmal im Gespräch, aber meistens erst tatsächlich danach, weil mein Ziel ist nicht zu sagen, wie cool ist der, also mein Ziel ist nicht, dem Mischa eine Score zu geben. So, okay, ich spreche jetzt mal zwei Stunden mit dem und sage, ja, Mischa ist so 8,7 von 10 cool, sondern das ist mir egal. Also, ich versuche, dich zu verstehen. Ja. Und das macht, das bringt mich halt weiter. Okay, jetzt kannst du vielleicht mal deine Regeln ein bisschen komfortabler berechnen. Was waren so deine Top 3 Gespräche, die du bisher auf diesem Podcast geführt hast? Und das Letzte, was mir am drastischsten in Erinnerung geblieben ist, ist, oder, das baut ja aufeinander auf. Also, wenn ich rückwärts gehe, quasi, was ist mir jetzt am besten in Erinnerung geblieben, würde ich sagen, Nummer 1 hier, Olli Ruppel, der Hypnose-Therapeut. Das war einfach krass, weil das meine Welt nochmal irgendwie um 180, 90 Grad, keine Ahnung, gedreht hat. War eine geile Folge. Danke. Ja. Findest du und finden, lustigerweise, alle möglichen Leute, die ich jetzt treffe, die erzählen, ach, ich war übrigens gestern beim Olli in der Hypnose. Ich denke, really? Und ich bin selbst bei Olli mittlerweile in der Hypnose und kriege da kaum noch Termin, weil der so ausgebucht ist, was ja irgendwie die große Ironie ist. Aber das war eine richtig geile Folge und habe auch wirklich viel gelernt. Und das ist auch nicht, dass ich denke, okay, der hat jetzt alle seine Weisheit erzählt, sondern da ist, das ist substanziell, hat viel mit mir gemacht. Dann Soran. Soran war oder ist insofern lustig oder interessant, als dass Soran vom Typ so ist, dass als erstes habe ich immer gedacht, okay, du lustiger, gelockter Typ, das ist doch Quatsch, was du hier redest, das ist doch Quatsch. Das klingt zwar alles lustig, aber ist doch eigentlich Quatsch. Und dann so, eine Woche später, denke ich so, guck mal, das hat der, das Scheiße, das stimmt. Und Scheiße, das stimmt. Und der hat mit ganz vielen Dingen recht. Der formuliert das sehr überspitzt, aber… Deswegen hört man ihm ja auch gerne zu. Genau. Der ist sehr unterhaltsam und das hat dann einen sehr wahren Kern. Beispiel, wie Soran das sagt, Frauen haben keinen Sex wegen dem Schwanz in der Muschi. Okay, wenn er so sagt, dann denkst du, ja, ja, das ist irgendwie komisch, aber er hat jetzt ein schwieriges Wort gesagt. Aber wenn du dich dann damit beschäftigst, was ist denn für Frauen eigentlich wirklich wichtig beim Sex und was für Männer wichtig, dann trifft das den Nagel auf den Kopf. Es geht um das Ganze, es geht irgendwie um für die Frau, um, so sagen die, um sicher sein, um die Möglichkeit, sich fallen zu lassen, um das Gefühl von Bindung. Aber es geht nicht um die Penetration. Und das ist das, was für den Mann ultra wichtig ist. Also die sind einfach in einem ganz anderen Game. Das kann man pointiert sowieso auf den Punkt bringen. Und man kann das aber auch jetzt, so wie ich, ausführlich erzählen. Aber der wahre Kern, der lässt sich halt kaum wegdiskutieren. Ja, es ist witzig. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen gesehen mit ihm. Zwei oder drei. In den ersten hat er mich sehr abgeholt, weil ich auch sagen würde, dass ich mit ihm mit sehr vielen Sachen mitgehe, vor allem was Mann-Frau-Dynamik betrifft, hast du da alles abgedeckt mit ihm. Das Thema Psychedelics würde mich interessieren, warum er da noch nie rein ist. Das müsste ich ihm mal anladen und dann mal fragen. Aber ich habe dann auch eine Folge gesehen, wo er noch mit einem Girl und einem Kollegen von dir da saß. Da habe ich die Spannung zwischen den beiden witzig gefunden. Also da gab es eigentlich auch so ein Ego-Game. Und das fand ich witzig. Ja, ich glaube, den Fehler, den man nicht machen darf, ist zu denken, weil jemand etwas Kluges sagt. Hat er kein Ego. Hat er kein Ego oder ist quasi der Messias von einem anderen Stern. Ja. Sondern nee, das ist so. Wir sind alle Menschen. Und häufig sind ja auch die Themen, wo sich Menschen gut auskennen, da, wo die ihre eigenen Schwächen möglicherweise haben. Machen wir mal einen Schwenker zu Oliver und Hypnose, weil du hast mir auch letztens gesagt, dass du jetzt auch wieder zu einer Session gehst und dass das mega geil wäre. Das ist ultra geil. Warum lässt du dich von Oliver Ruppel hypnotisieren? Warum? Weil ich die Folge spannend fand und ich dachte, okay, der weiß halt ganz viel, was ich nicht weiß. Und allein, also die erste Session war, ich will es einfach ausprobieren. Der hat zu viele kluge Dinge gesagt, um das zu ignorieren. Okay, das muss ich erstmal testen. Und dann bin ich da hingefahren und ich war, also wer das nicht kennt, Hypnose ist halt, ich sage mal, es ist viel einfacher, das mit Meditationstherapie zu übersetzen. So und wenn du da hinfährst, ist das extra erschreckend unspektakulär. Du sitzt da im Stuhl, also so am Schreibtisch gegenüber, erzählst ein bisschen aus deinem Leben, dann hat er die bequemste Liege der Welt, dann legst du dich drauf, dann sagt er sinngemäß, pass mal auf, mach mal deine Augen zu, entspann mal dein Gesicht, entspann mal, fühl mal deine Hände und Füße rein. Was fühlst du jetzt? So und dann sagst du das, 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 das. Und wenn du das filmen würdest, würdest du denken, die führen hier ein Schauspiel auf, weil das ist jetzt gar nichts, das ist kein Pendel und es ist überhaupt nichts Krasses passiert. So, aber ich war danach so entspannt wie in meinem ganzen Leben noch. Und ich sag, Olli, ich bin so entspannt, ich will auf dieser Liege liegen bleiben, das ist dir der fucking beste Zustand. Und dann sagt er, du Ben, das ist der normale Zustand. So fühlt man sich, wenn man halt einfach so in Anführungsstrichen gesund ist. Was ist passiert? Ich konnte mich entspannen. Also ich hab zum Beispiel, ich hab mal so eine psychedelische Session gemacht und hatte halt irgendwie in dieser Session so einen Ball im Bauch. Und danach hab ich gemerkt, ich bin mein Leben lang durchs Leben gegangen und hab quasi meine Bauchmuskeln konstant kontrahiert. So, und das hab ich dann halt so, ich hab dem erzählt und dann hab in dieser Hypnose-Session konnte mich entspannen. Ich dachte immer, ich soll, also wenn du jetzt gesagt hättest, wenn ihr mich entspannt, dann sag ich, okay, ich bin entspannt, alle meine Muskeln sind entspannt. So, aber ein Teil meiner Muskeln, nämlich Bauchmuskeln, waren nicht entspannt, obwohl ich das gedacht habe. Das heißt, die hatten so eine, so eine, so eine Grund... Grundtonus. Ein Grundtonus, ja, eine Grundtonus ist jetzt was Positives, würde ich sagen. Aber das war einfach, das halt, ich dachte, das wäre entspannt, aber war gar nicht entspannt. Und das ist passiert. Und auf einmal hab ich die entspannt und gesagt, Junge, so... Und spirituell sagt man, das Ich sitzt im Bauch, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es ist halt, wenn du dein Ich quasi einschränkst, dann würdest du deinen Bauch einziehen und wenn du dein Ich quasi deinem Ich Raum gibst, dann atmest du aus und dann, lustigerweise, geht beim Ausatmen der Bauch raus. Ja. Und wenn du das aber nie machst, dann schränkst du möglicherweise so, würde man spirituell immer sagen, dein Ich irgendwie künstlich ein und das ist halt scheiße. Ja. Findet dein Ich kacke. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, wenn du jetzt mal zum Beispiel Tantra betrachtest, ist ja auch eine der wichtigsten Aufgaben zu lernen, Beckenboden, Kiefer und auch unteren Bauch einfach entspannt zu lassen, weil je, zum Beispiel auch bei sexueller Erregung wird das ja auch wieder alles angespannt und führt dann eben auch dazu, dass du ejakulierst und wenn du wirklich komplett, komplett und komplett entspannt bist im ganzen Körper, dann zirkuliert die ganze sexuelle Energie durch den ganzen Körper und das ist halt auch so ein Secret. Also Tantra ist auch ein Ding, das ist noch irgendwo auf, nicht irgendwo auf meiner Liste, aber das, also das ist, auch das ist zu spannend, um das zu ignorieren. Genau. Also okay, diese Tantra-Leute, die erzählen von irgendwelchen transzendenten Erfahrungen und ja, ja, lass die mal machen. So durchgehen. Ja, transzendente Erfahrungen ist ein gutes Stichwort. Du warst ja nach der Hypnose-Session noch an einem Retreat. Willst du da mal was erzählen? Genau, ja, ich war letzte Woche nach deinem Podcast erst bei der Hypnose und dann danach in so einem psychedelischen Retreat. Während Trump angeschossen wird, bist du auf einer... Genau, während die sich alle sehr angespannt haben, habe ich mich sehr entspannt. Das erste Mal vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren und mein erstes psychedelisches Retreat, das war mega. Ich habe gedacht, ich bin der klügste Mensch der Welt, habe tatsächlich meine komplette rechte Gehirnhälfte freigeschaltet und ich habe danach Bilder gemalt und vorher waren mir Bilder und Kunst komplett egal. Und ich sage mal, es würde diesen Podcast vermutlich nicht geben, hätte ich das damals nicht gemacht. Beautiful. So, das war cool und danach habe ich gesagt, okay, das wäre eigentlich sinnvoll, das so einmal im Jahr sowas zu machen, um halt die Erfahrung wieder zu machen. Jetzt war das so, dass am Wochenende, das war jetzt so das vierte Mal oder so, das war total cool, das war entspannt, aber das hatte in keinster Weise den gleichen Impact, wie das damals hatte. Also es war so interessant, das ist gut und der Afterglow war zwei Stunden später vorbei. Danach habe ich halt mein ganzes Leben, ich weiß noch, die nächste Woche, ich habe total viel meditiert und habe auf einmal das verstanden, wie Meditation geht, war wieder in ähnlichen psychodelischen Zuständen in der Meditation wie auf diesem Trip damals. Ja, das ist alles so ein bisschen normaler geworden. Das ist alles mit Psilocybin entstanden? Genau. Ja, okay. Hast du sonst noch irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ich habe Buffo probiert. Buffo? Ja. Oh, da will ich jetzt aber mehr wissen. Hast du kein Buffo gemacht? Ey, es gibt ein Video von mir, da schreie ich ins Mikrofon, um nachzustellen, was da passiert ist bei mir. Also ich würde sagen, das ist die Erfahrung, die bei mir alles verändert hat. Ich hatte vorhin auch schon Ayahuasca-Erfahrungen, Psilocybin, aber Buffo. Also seither ist alles anders. Okay. Ja. Und was hat das bei dir gemacht? Es hat mich vom Agnostiker zum irgendwo Gläubigen an was Gutes gemacht. Also es hat meine komplette Weltansicht einmal auf den Kopf gestellt. Und ja, ich würde sagen, es ist auch die Initiation gewesen, dass ich seither weiss, wie Jordan Peterson ja auch sagt, dass es wirklich Wahrheit auf einer tieferen Ebene gibt und dass du, solange du irgendwo lügst und davon kommst, noch in einer schlimmeren Situation bist, als wenn du lügst und es herausgefunden wird. Weil dann bist du wenigstens wieder in der Möglichkeit, kannst du dir wieder selbst vergeben und sozusagen repent, sagt man auf Englisch. Aber wenn du halt ganz viele Sachen sozusagen in dir noch trägst, die, also ich habe einfach durch Buffo hat einfach einmal mein komplettes System, also man nennt das eine Kundalini-Erfahrung, wo einfach die Wirbelsäule einmal so wie komplett durchgeschossen wird, also wirklich so auch obendurch. Und ich bin danach auch, also bei mir hat das irgendwie auch was ganz Interessantes ausgelöst, dass ich dann so rumgeschrien habe, so richtig, ich habe so richtig gemerkt, wie so mein komplettes Ego wieder zurück wollte in dieses Leben. Ich hatte auch einen 2,20 Meter Schamane, der mich da mit einer Trommel abgeholt hat und mir da wirklich auch den Raum gegeben hat, weil ich glaube, wenn ich das mit einer Frau oder mit einem Mann gemacht hätte, der Angst vor mir gehabt hätte, ich glaube, das wäre nicht gut gekommen. Ich bin da wirklich, also das war Neugeburt, Wiedergeburt, Urknall, alles Mögliche kam da rein. Ja, krass. Ich kann, ich habe tatsächlich keine so direkte Erinnerung an Buffo, außer dass es krass war und halt dieses Kugelding, das Kugelding kommt aus Buffo. Kugelding? Ähm, die Kugel in meinem Bauch. Also in dieser Buffo-Erfahrung, also eine Pilzerfahrung ist für mich, ja okay, da gibt es ein paar Halluzinationen und ein paar Gefühle und sehr, sehr klar, ich bin in meinem Körper und ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wer ich bin und das Buffo war für mich so Außerkörper, keine Ahnung. Raum, egal, Zeit, egal, ich, egal, nicht ich, sondern es war einfach alles vorbei. Ähm, und gleichzeitig war es nicht vorbei, es war alles eins und alles nichts, also kann man wirklich mit Worten oder kann ich mit Worten nicht beschreiben. Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, es gibt so eine Kugel und die Kugel ist irgendwie ein Problem und ich habe die versucht zu komprimieren und die ist dann quasi klein geblieben, ich habe es nicht geschafft, die aufzulösen und ich habe dann auch nach der Erfahrung oder noch eine Woche später das Gefühl gehabt, ich habe die im Bauch, also ich habe eine Kugel im Bauch. Ähm, und ich, also ich hatte das Gefühl, danach, die nächsten zwei, drei Tage, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich verrückt werde oder nicht. Ja, spannend. Ich habe halt geduscht und habe so gedacht, ah, der Duschschlauch, der könnte auch ein Monster sein und ich hatte richtig so die Weggabelung vor mir und ich so, ich könnte mich jetzt da reinsteigern und sagen, okay, und eine richtig schöne Panikattacke entwickeln und sagen, der Duschschlauch wird lebendig, wird ein Monster, eine Monsterschlange und dann gehe ich einfach in die Klapse. So. Und für mich war es, also ein ganz, also der Weg hat sich gegabelt und es war aber nicht, um Gottes Willen, dann gehe ich in die Klapse, sondern wer weiß denn, ob die Verrückten nicht klüger sind als wir, ne? Auch eine schöne Frage. So. Und dann dachte ich, nee, nee, wir machen aber nicht das mit dem Verrückt zu sein, aber ich dachte, oh, die, die, also wenn du dir selbst die Frage stellst, möchte ich verrückt werden und es könnte ganz interessant sein, das ist ein gefährliches Ding. Das ist wirklich ein gefährliches Ding. Deswegen ist auch Bufo was, wo, ich habe ganz früher gesagt, so ey, wenn, wenn alle mal Trüffel nehmen würden oder Pilze, dann wäre die Welt ein bisschen ein besserer Ort. Das glaube ich auch immer noch mit einem Sternchen. Ich glaube so für fünf bis zehn Prozent der Menschen wäre es richtig scheiße. Ja. Und, aber für gesamtgesellschaftlich wäre das vermutlich gut, aber Bufo ist was, wo ich, das ist echt schweinegefährlich. Und da habe ich auch Angst vor, das nochmal zu machen und das irgendeinem zu empfehlen, zu sagen, mach das mal. So ey, ich kann dir meine Erfahrung teilen. Das hat mir danach auch, was ich gemerkt habe oder was ich noch weiß, lustigerweise hat das, der Kollege, mit dem ich da das Retreat gemacht habe am Wochenende, der hat auch das Bufo Retreat zumindest initiiert und der sagte, und das hatte ich wieder vergessen, dass ich nach dieser Bufo Erfahrung aufgehört habe zu tindern. Ich habe damals wirklich in dieser Lebensphase exzessiv getindert und danach sechs Monate nicht. So, ich habe einfach keine Dates gemacht. Ich habe kein Bedürfnis nach irgendwelchen Dates und das war eine, ich sage mal, suchthafte Erfahrung, die danach aufgehört hat. Von daher, das war sehr positiv. Aber das war einfach ein fucking scharfes Schwert. Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich verweise da auch immer wieder auf die Aussage von Hamilton Morris. Hamilton Morris ist, glaube ich, der, der am meisten damit forscht. Und der geht sogar so weit, dass er sagt, er würde 5-MeO-DMT, was ja die Substanz ist, die im Bufo auch drin ist. Er würde das nicht mal mehr als Psychedelikum klassifizieren wollen, sondern als eine eigene Kategorie, weil es einfach so, ja, einfach so crazy ist. Und hat es denn deine Weltansicht auch irgendwie verändert? Also wie würdest du dich jetzt aktuell bezeichnen? Bist du Agnostiker? Bist du Atheist? Was wäre so deine... Also ich glaube, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt labeln würde, aber ich kann dir sagen, ich glaube, dass es Seelen gibt. Und ich glaube, dass es viel mehr gibt als den physischen Raum. Ähm, ich glaube... War das vorher auch schon so? Hast du das von auch geglaubt? Nee, früher habe ich gedacht so, also Religion ist was für Dumme und ich bin klug, also es ist nichts für mich. Genau. Ähm, ich bin aus der Kirche ausgetreten und so das. Dann aber schon in der ersten Psychologezibinerfahrung war halt, ich habe Seelen gesehen. Das war mir völlig klar. Offensichtlich gibt es Seelen, ne? Nur ein Idiot könnte das noch leugnen. So, und ob es jetzt einen Gott gibt, ob wir alle Gott sind, I don't know. Aber es gibt auf jeden Fall Dinge, die wir nicht verstehen und möglicherweise auch Dinge, die so kompliziert sind, dass wir die auch niemals verstehen können, weil wir haben halt einfach nur relativ kleine Gehirne. Und die Welt ist einfach, ich meine, alles, egal wo, dein Fingernagel ist komplexer als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Und alles in diesem Raum ist komplexer. Die Welt ist einfach so viel Daten. Äh, ja. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alles verstehen können. Also bist du da jemand, der das auch glaubt, dass wir jetzt vor allem auch mit Nanocomputern, AI, was jetzt da alles kommt, das ist schon eine crazy Zeit, in der wir gerade leben. Also, wenn du mal guckst, wo wir gerade jetzt stehen. So, ich habe noch erlebt, ich kann noch in den Wald, es gab noch keine Handys, auf denen ich mich ablenken konnte. Ich war noch in dieser Generation, raus auf den Spielplatz und spielen, auf den Baum hochklettern. Und gleichzeitig jetzt höre ich, dass es Leute gibt, die an der Unsterblichkeit arbeiten. Es gibt, äh, ChatGVT, Nanocomputer, irgendwelche krassen Sachen, Bitcoin. Ähm, die ganze Welt ist für mich, also in den letzten 30 Jahren hat sich das so schnell verändert, wie, glaube ich, noch nie zuvor. Deswegen, ich wüsste zum Beispiel nicht, was noch alles kommt. Und wie, wie, wie siehst du das aktuell bei dir? Du bist ja noch ein paar Jahre älter. Ähm, sag das nicht so. Ähm, ja, ich glaube, dass, wenn du dir, wir sind halt ein Tier, wir sind halt irgendwie Affen. Ähm, klüger als Affen, aber in der Evolution vor den Affen. So, wenn wir jetzt uns eine Maus vorstellen zum Beispiel. Also eine Maus hat halt ein deutlich kleineres Gehirn als wir. So, jetzt nimm mal Basisgrundrechenarten, Plus und Minus. So, wir wissen, dass es das gibt. Jetzt ist deine Aufgabe, der Maus Grundrechenarten beizubringen. Und da würde ich sagen, die Maus ist einfach zu doof. Die wird es nicht verstehen. So, und jetzt das Übertragen auf uns. Wer sagt denn, dass die, die, die Wahrheit so einfach ist, dass wir mit unseren hochentwickelten Affengehirn die verstehen können? Möglicherweise können wir einen Supercomputer, eine Superintelligenz bauen, die denn, das sagen wir alle, die wird dann klüger als wir, weil wir uns ja gar nicht vorstellen können, dass irgendwas klüger ist als wir, ne? So, die kann das möglicherweise irgendwann verstehen, aber wir nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht schon, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass wir es niemals verstehen können, weil wir sagen so, hey, wir haben so Chat-GPT und Supercomputer und so. Ja, aber dieser ganze technische Fortschritt ist darauf zurückzuführen, dass wir Arbeit teilen. So, wir haben damals mal irgendwann angefangen und gesagt, okay, pass auf, ich mache hier den Bauer, dafür machst du den Schmied. So, und das haben wir einfach nur sehr, sehr stark weiter, äh, weiter gedacht. Das heißt, wenn du mit einem AI-Professor sprichst, der wird nicht den Computer bauen können, auf dem die AI läuft. Und der, der den Computer baut, wird nicht die AI können, ähm, können können. Das heißt, wir können, wenn wir uns als Gruppe zusammenschließen und alle unsere Intelligenz poolen, dann kannst du einen kleinen Teil davon verstehen. Du verstehst vielleicht einen Stromkreis in einem Prozessor. Der nächste versteht, okay, wie haben wir denn, wie machen wir denn das Kraftwerk, was denn Strom macht? Der nächste versteht, okay, wie machen wir den Prompt für die AI? Der nächste versteht das neuronale Netz, die AI. Aber, dass einer jetzt hergeht, also das ist ja so eine schöne Gedankenexperienzfrage, wen müssten wir ins Mittelalter schicken, damit der die Technologie ins Mittelalter, die wir haben, bringt? Und wir müssten vermutlich tausende Professoren dahin schicken, dass die das raffen. Und selbst die werden merken, ach, scheiße, wie macht man nochmal? Das haben wir vergessen. Genau, das haben wir vergessen. Und dann stehst du da und du weißt, es gibt AI. Und du kannst aber keine Ahnung, kannst das Stromkabel vergessen als Beispiel. Und sagst, okay, scheiße, jetzt ist hier wieder Mistgabel. Und wir sind so klug, weil wir, wir sind ja nicht klüger, weil wir ein smartes Telefon benutzen können, sondern wir haben diese Tools, die andere sehr kluge Menschen in Arbeitszahlung für uns gemacht haben. Noch mal ganz kurz, um so eine Brücke zu schlagen. Also, du hast dich mit Hypnose beschäftigt jetzt auch seit neuestem. Du hast psychideelische Erfahrungen gemacht, von denen du, glaube ich, öffentlich, weiß ich, du schon mal darüber geredet hast. Lustigerweise habe ich mit Lionel mal einen Podcast gemacht und der ist aber, glaube ich, nie veröffentlicht worden. Okay. Das heißt, ich habe jetzt hier neue Informationen und gleichzeitig sagst du eben auch so, hey, okay, ich habe mal getindert und das mache ich seit 5M auch nicht mehr. Und wenn ich jetzt so deine persönliche Story auf deiner Webseite mir anschaue, dann kann ich auch feststellen, dass du früher mal Chainless gelebt hast und wirklich auch in verschiedenen Ländern auch schon warst. Also, weil auf meinem Podcast kam das noch so rüber, so hey, ich bin jetzt hier in Deutschland und es ist alles geil, aber du hast dich ja ganz proaktiv hier entschieden hinzukommen, weil du eben auch schon andere Erfahrungen gemacht hast. Deswegen, wo beginnt deine Story? Also, wo warst du? In welchen Ländern hast du gelebt? Was war da los? Welcher Benni ist das? Chainless. Also, ich habe mal, mein erstes Chainless-Ding, wenn man so will, hat angefangen in, ich glaube, so in der 11. Klasse, da war ich auch Sausschüler in Amerika und habe halt irgendwie gesagt, ich will nach Amerika. Wo bist du aufgewachsen? In Hagen, im Ruhrgebiet. Okay. Also, und da war irgendwie, ich war einmal in Brasilien, weil mir Tante und Onkel in Brasilien gelebt haben und da war ich mal mit 12, aber das war so meine einzige so richtig internationale Erfahrung, das fand ich aber total aufregend, weil die sind halt da ganz anders in Brasilien, ne? Und da gibt's halt Musik, das riecht anders, das ist auch gleichzeitig gefährlich und so, das fand ich aufregend und dann bin ich nach Amerika und hab dann 10 Monate halt so in Amerika und fand das cool, aber eigentlich wollte ich gar nicht nach Amerika, sondern ich wollte eigentlich nur aus meinen Problemen zu Hause entfliegen. Deine Chains. Ja, nicht unbedingt meine Chains, das war nicht so, ey, ich hab da mega Bock, sondern das war eigentlich, ich hatte das Gefühl, dass ich das machen müsste, dass das Leben das von mir erwartet. So, dann hab ich das gemacht, bin zurück und bin dann danach zu Lufthansa in so ein internationales Programm und hab dann, war mit 19 das erste Mal, wir haben über Kupang, nee, haben wir über Kupang gesprochen? Mit 19 dann, hab ein Praktikum in Bangkok gemacht und bin von da dann halt nach Samui und halt so, wenn man bei Lufthansa arbeitet, vielleicht muss man da eine Lanze für das Unternehmen brechen, kannst du halt günstig fliegen und das war damals auch deutlich günstiger als die normalen Tarife. Waren die damals auch pünktlicher noch? Pünktlichkeit war gar nicht das Ding, weil du kaufst da so ein Standby-Ticket und du fährst zum Flughafen und du weißt nicht, ob du fliegst und dann stehst du am Gate und sagst, bitte lass dir das mit. Das ist heute auch mit einem normalen Ticket so. Das ist nicht ganz so, das ist nicht ganz so. Und da bin ich halt viel geflogen. Ich bin halt beruflich, also für das Studium und so, war halt immer, alle drei Monate, war immer Studium und drei Monate war so Praktikum und das war immer im anderen, das war in Bangkok, da war ich in Mexiko, da war ich in China und war da viel auf der Welt unterwegs und das war cool. Und dann bin ich halt immer so rucksackmäßig später dann halt nach Thailand und wo sonst noch überall hin. Hab dann nochmal studiert, hab in Indien ein Auslandssemester gemacht. Wo in Indien? In Amdabad. Das war richtig dumm, weil meine indischen Mitkommunitonen hier haben gesagt, hey Amdabad, das ist die krasseste Uni in Indien, da musst du unbedingt hin, die haben irgendwie 200.000 Bewerber und 2000 Plätze. Ich sag ja, cool, dann geh ich doch, Indien ist hier, das war damals so dieses Brick-Ding, also Brasilien, Russland, Indiener, das waren damals so die aufstrebenden Mächte und man hat gesagt, okay, die Wirtschaftsmacht wird darüber gehen, also musst du dich da ausgeben. Und ich sag, okay, Indien, cool, dann irgendwie eine der besten Unis in Indien, auch cool, prima, mach ich. So, dann bin ich da angekommen, was die mir nicht gesagt hatten, so in Amdabad ist halt, oder in Gujarat ist der Staat, wo Amdabad ist, das ist da, wo Mahatma Gandhi herkommt und der hat irgendwann gesagt, Alkohol ist blöd, weil dann kloppen sich die Leute. So, also gab es da kein Alkohol. Weil es da kein Alkohol gab, gab es da auch keine Bars. Es gab quasi null Entertainment, eine Stadt, wo gefühlt noch nie ein westlicher Weißer war, weil es einfach nichts gibt. Die Uni war nur, lernen, so ultra High-Performance, die Kinder haben ja, die haben, die wollen halt ein Auto haben. So, die ist nicht wie bei uns so, ja, ich will ein bisschen reisen und anstelle des Porsches nehme ich dann doch den BMW, sondern es ist halt, ich würde gerne in meinem Leben ein Auto besitzen. Und die ist halt, wenn du da um drei Uhr nachts am Samstag auf dem Zimmer sitzt, dann kommt jemand rein und sagt, ey, sorry, geht noch jemand in die Bücherei lernen, weil ich gehe jetzt gerade rüber, kann ich mal, das ist da ganz normal. Und deswegen war meine Auslandsexperience da nicht so, also war interessant für die Kultur, also viel über die Kultur gelernt und war seitdem auch nicht mehr da, auch aus Gründen. Und genau, dann ging das Chalice weiter, als meine erste Tochter geboren worden ist, dann haben wir eine Weltreise gemacht und sind dann… Wie lange ist das her? Die ist jetzt acht. Okay. Also acht Jahre und sind dann quasi alle sieben Tage in ein neues Airbnb und dann von Airbnb zu Airbnb und das sehr lange gemacht, also über ein Jahr, dann mit der zweiten Tochter noch versucht, das weiterzumachen, dann den Zeitraum von sieben Tage auf 30 Tage erhöht, aber mit zwei Kindern. Dann gab es halt noch eine Firma, die wir damals gegründet haben. In Kapstadt war das, oder? Das war dann noch nicht in Kapstadt, das war dann noch in Berlin und dann war quasi, der erste Gedanke war, Nomadenleben. Das Geilste ist, also total, also chainless würdest du sagen, jede Woche an einem neuen Ort. Und dann ist jede Woche an einem neuen Ort auch irgendwann… It's too much. Ey, ein Strand ist ein Strand und es war irgendwie ganz cool, weil es gab dann so das Programm, okay, wo ist hier der nächste Supermarkt, wo ist hier das nächste Restaurant, wo ist der Strand, welches ist der schönste Strand? Aber irgendwann ist halt so, ah, ein Strand, guck mal, da ist Sand, da ist Wasser und da ist wieder ein Restaurant. Und dann kam das mit der Firma und dann kam Kapstadt als eine Station der Reise und dann sind wir da das erste Mal nach Kapstadt zweimal gefahren und dann wuchs so der Gedanke, nee, es ist nicht Nomaden, es ist das Sommer-Sommer-Modell. Sommer in Kapstadt, Sommer in Berlin, Sommer, Sommer. Und dann auch mit Kindern ist das anstrengend, mit der Firma ist das anstrengend. Wenn du sagst mit Kindern, weil mit Unternehmen verstehe ich es, das ist eine Challenge, die ich auch immer noch habe. Also ich würde auch sagen, das ist ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel schon seit fünf Jahren Podcasts mache und du erst seit zwei und du viel erfolgreicher bist als ich, wenn man jetzt mal die Zahlen betrachtet ist, weil du halt einfach hier dich committest in Köln, du hast ein geiles Studio, du hast ein Workflow. Leute können hierher kommen und bei mir ist es halt so, hey, ich habe jetzt gerade die nächsten zwei Monate gar keine wirkliche Zeit für Podcasts. Also deswegen, ich merke auf verschiedenen Ebenen, aber vor allem was Prozesse betrifft, das Business und Reisen, das sind sich viele gar nicht bewusst. Das ist eine Challenge, die man dann halt akzeptiert und dann halt auch auf Kosten von anderen. Also jeder Wert kommt halt auch mit einem Preis. Und wenn du halt frei sein willst, bezahlst du halt auch dafür. Aber Kinder würde mich mal interessieren. Also was war so die Challenge mit den Kindern? Was ging da nicht? Vor allem jetzt Deutschland, Kapstadt. Das ist ja ziemlich simpel eigentlich, oder? Ja, das ist simpel, aber du reißt die Kinder aus ihrem, also ein acht Monate altes Kind hat noch kein soziales Umfeld. Ein acht Monate altes Kind hat Mama, Papa. Und je älter die werden, desto eher fangen die an, Freundschaften zu schließen. Das heißt, du gewöhnst sie in der Kita ein, die kennen die Betreuer, die kennen die anderen Kinder. So, und dann irgendwann klatschst du random in die Hände, weil die haben ja kein Verständnis für nächste Woche und nächsten Monat. Und auf einmal ist halt, oh krass, hier sind fünf Flieger und hier eine neue Kita. Oder halt die alte Kita wieder. Dann erinnern die sich irgendwie dran. Aber das Leben der Leute geht ja weiter, sowohl der Erwachsenen als auch der Kinder. Das heißt, auch als Erwachsener für mich war es halt schwierig, sich wieder einzugliedern, weil du hinterlässt halt die Leute in diesem Sommer-Sommer-Modell. Und du sagst, hey, cool, wenn du die wieder siehst, das erste Mal ist es auch cool, weil dann bist du halt der, der gerade irgendwie aus Kapstadt kommt und ja, ist ja mega cool. Aber dann merkst du, hey, ihr habt euch jetzt hier irgendwie ein halbes Jahr, dreimal die Woche getroffen und ich bin komplett raus. Und ihr habt ja nicht auf mich gewartet. So, ihr habt ja euer Leben gelebt. Und das Gleiche ist halt bei den Kindern. Und die, ich habe das damals nicht so krass gemerkt, aber heute merke ich, dass denen irgendwie in dieser Lebensphase was fehlt, was halt dauerhafter ist. Und das ist halt, Kinder sind dann schon wichtig. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst. Ich bin gerade ein neues Video am Skripten, das ich nennen werde, Digitale Nomaden haben keine Freunde. Natürlich ein sehr reißerischer Titel, weil ich eben auch immer mehr so Sachen beobachte. Und das, was du jetzt gerade sagst, so dieses, hey, die haben nicht auf mich gewartet, das finde ich spannend, weil ich persönlich finde es sogar andersrum. Also ich habe eine viel höhere Wertschätzung für Sachen, die nicht einfach erbanden sind. Also wenn ich jetzt eben weiß, ich bin in Copangan für vier Monate und ich habe da so ein paar Leute, die ich einfach in diesen vier Monaten immer wieder sehe, dann habe ich eine extrem hohe Wertschätzung. Und wenn ich das Gefühl habe, etwas ist einfach jeden Tag available, dann weisst du, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Copangan Deutschland vorziehe. Da haben wir ja so einen kleinen Punkt gehabt, weil die Leute, die auf Copangan wohnen, die haben sich ausgewählt, in Copangan zu wohnen. Die haben gesagt, ich möchte dorthin und haben sogar gewisse Kosten und Mühen nicht gescheut. Und wenn ich in Deutschland irgendwo in einem Dorf oder in einer Stadt bin, habe ich das Gefühl, die meisten Menschen sind einfach dort geblieben, weil sie halt sich das nie groß anders vorgestellt haben. Und dann beklagen sie sich aber auch viel mehr über die Sachen, die halt nicht gut sind. Und das ist der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass viele Leute sich einfach nicht so bewusst sind darüber, dass sie sich eigentlich auch ihren Wohnort viel mehr auswählen könnten, wenn sie das wollten. Ja, den kannst du auswählen, aber kann ich sagen, Erkenntnis von vielen Wochen, Monaten Reisen ist so, du nimmst deine Probleme mit. So, und den perfekten Ort gibt es nicht. Also zumindest für mich nicht. Habe ich jetzt irgendwie, also Köln ist cool. Wenn ich dann wieder in Berlin bin, denke ich, ja, Berlin ist auch cool. Aber irgendwie ist das Leben doch auch in Kupangan irgendwie gleich. Und wenn ich so an meine Zeit in Kapstadt denke, ich bin aufgestanden und habe den geilsten View, da war das Meer, da waren Palmen, diese Luft, so leicht kühl und salzig, das ist schon geil. Okay, aber so, wenn du da bist, dann bist du halt da. Und dann ist halt eher, dann ist es jetzt gerade zu heiß, weil ich bin dann doch deutsch in mir und denke, okay, wieso ist die Luft jetzt zu kalt, dann zu warm, warum ist hier so gefährlich? Und so, das ist ja häufig so, oh wie schönes Panama ist ja kein, ist ja nichts, was nicht wahr ist, sondern es ist meistens das Gras auf der anderen Seite grüner. Und Kapstadt ein cooler Ort, Kupangan, auch ein cooler Ort, müsste ich vielleicht mal wieder hin, aber um auf dein Freunde-Thema zurückzukommen, ist natürlich was anderes, wenn so in einem Kupangan, da kommen die Leute, da wohnt fast keiner ein ganzes Jahr, sondern die sind gewohnt, das ist so quasi so Expert-Community, ständig ist jemand Neues da, dann wirst du begrüßt, als würden die dich immer gekannt haben, weil das einfach so da ist. So, das dauert halt dann vielleicht da Freunde zu finden, dauert vielleicht so sieben bis acht Minuten, wenn du nach zwei Wochen noch da bist, dann bist du halt nicht ein Urlauber, sondern dann bist du jemand, der da wohnt und dann bist du schon in der Circle, versuch das gleich immer in Stuttgart, da musst du in der vierten Generation da geboren sein und sagen, ja jetzt ist einer von uns. Es gibt so eine Conscious-Community auf Facebook mit den 60.000 nicht so Conscious-Leuten, also Kupangan Conscious-Community und da mache ich mich auch immer lustig, wenn ich so sehe, wie Leute irgendwie nach einem Monat auf Kupangan dann schon so schreiben, also jetzt ein bisschen überspitzt, wie krass sich die Insel verändert hat. Ich immer so, oh mein Gott. Oh shit. Ne, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, ich beobachte das jetzt gerade auch bei mir und das, was du mit den Kindern gesagt hast, das möchte ich auch noch mal unterstreichen, weil ich habe ja, glaube ich, das bei dir auch gesagt, ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, sobald ich Kinder habe und die mir sagen, Papa, ich möchte gerne an einem anderen Ort, nicht mehr an einem anderen Ort jetzt sein, ich möchte jetzt hier bleiben, würde ich ja das dann auch auf jeden Fall mit denen so machen. Also das ist mir auch wichtig, aber du sagst jetzt sogar schon, bevor die wirklich sprechen können, oder bevor die es wirklich verstehen, was da passiert, ist es ja auch schon so ein Riss vielleicht so. Ja, also ich habe mich damit jetzt noch mal so psychologisch ein bisschen auseinandergesetzt und das scheint eine wichtige Entwicklungsphase zu sein, so zwischen, ich sage mal, zwei und vier da ein Nest zu haben. Das sagen natürlich die Psychologen, die selbst aus dem Nest kommen. Ich glaube auch, dass es einen Wert hatte für meine Kinder, halt diese anderen Kulturen, die anderen Gerüche wahrzunehmen. Es ist auch so, das ist eine ganz lustige Geschichte, als wir in, wir waren erst in Thailand, dann in Australien. Und in Thailand ist es halt so, wenn du ein kleines Baby hast, dann, du gehst ins Restaurant und die Leute nehmen dir dein Baby ab, so, weil die das Baby so geil finden. So, dann kommt die eine Frau und sagt, das ist ja süß. Und dann, die sind natürlich mit den Kindern. So, die freuen sich über das Kind. Dann gibt die eine Kellnerin das Kind der anderen Kellnerin und dann isst du und du denkst, ja, das ist ja ganz cool, aber wo ist eigentlich mein Baby? So, und dann fragst du die und du sagst, ja, das habe ich der gegeben, der gegeben hat, deshalb fahre ich das Kind weg. Und am Anfang dachte ich so, was für eine Scheiße hier. Und dann ist irgendwo in der Küche, spielt irgendjemand mit diesem Baby, weil das deren Natur ist. Das ist das so, das macht man so. Da kannst du auch nicht sagen, nein, das ist mein Kind, bitte fassen Sie das nicht an, sondern die sind dann da und im Zweifel hat sie irgendwas gegessen, was es vielleicht auch nicht sollte. So, das ist eine sehr, sehr herzliche Kultur. Und danach, cut Australien. Da saß meine Tochter im Einkaufszentrum auf so einer Bank und hat halt die Leute, die vorbeigegangen sind, so angelacht und hat darauf gewartet, dass die mit ihr interagieren, weil die war aus Thailand gewohnt, dass Menschen, die an ihr vorbeigehen, sie angucken, mit ihr sprechen, sie auf den Arm nehmen. Und war dann in Australien total enttäuscht, weil die Leute einfach so wie in Deutschland einfach an einem Kind vorbeigehen. So, und diese Erfahrung gemacht zu haben, also als Kind, diese intensive Aufmerksamkeit wie in Thailand, ist, glaube ich, schon positiv. Es hat aber alles einen Preis, dafür gab es halt nicht so ein Nest. Was ist jetzt besser? I don't know, ich kann es auch nicht mehr ändern. Klingt so, es werden deine Kinder auf jeden Fall weltoffener und haben schon so ein bisschen eine Ahnung, dass es nicht überall gleich ist und dass es verschiedene Verhaltensweisen, Perspektiven und Werte gibt. Unterbewusst, ja, dafür haben die dann andere, weißt du, jedes Kind kompensiert irgendwie so, das hat dann vielleicht Angst vor der Einschulung, das kennt dann niemand in der Schule. So, was ist, was ist jetzt wert, dass dein Kind jemanden kennt, mit dem es in die Schule geht? So, das macht dann vielleicht die ersten Wochen einfacher. Ich habe das auch erlebt, dass je nachdem, also in Wechseln der, also ich habe eine Tochter, die ist extrem extrovertiert. So, und die war in der einen Organisation, war die halt, einfach, die ist auf die Bühne gegangen und die war quasi der soziale Führer in der Gruppe. So, dann ist die gewechselt und auf einmal war die total eingeschüchtert. Wow. Die kannte keinen und war normalerweise die, die auf alle zugegangen ist, aber irgendwas war in dem System neu. Vielleicht hat irgendjemand einen Satz gesagt, ey, wer bist du denn? Du bist ja doof. Und dann ist die in sich gekehrt und das, da hast du dann halt nicht so die Kontrolle drauf und in dem Moment, wo das Umfeld einfach konstanter ist, dann weißt du, meine Tochter ist so, wenn die jetzt dahin geht mit ihrer Freundin, wird die da so sein. Das hat halt auch einen Wert. Was ist besser? I don't know. Ja, und man muss jetzt vielleicht auch nochmal sagen, das hat ja nichts mit Nomadentum versus ich bleibe in Deutschland zu tun, weil es gibt ja so viele Eltern, die ziehen ja auch um wegen Arbeit oder was auch immer. Das ist ja auch eine Form von Nomadentum. Genau, und selbst wenn du aus der, bei mir hieß es Primarschule in der Schweiz, in die Sekundarstufe oder in die Oberstufe wechselst, hast du ja dann auch ein neues Umfeld. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da auch nicht immer nur alles immer positiv erlebt, dass es dann immer entsprechend auch, weil das ist ja das Schöne auch am Leben, dass ich mich in jeder Person neu erfahren kann und auch in jeder Situation halt auch wieder eine gewisse Resilienz aufbaue. Also ich sehe das nicht zwingend kritisch, aber ich sehe den Punkt mit dem Umfeld, dass das schon auch was macht. Ich habe zum Beispiel mal, ich weiß nicht, wer das war auf meinem Podcast, dass das jemand erzählt, dass der immer der krasseste in der Schule war. Und dann, als die Schule vorbei war, also der war nonstop in der Schule immer so, wie du gesagt hast, wie jetzt deine Tochter, extrovertiert, immer so die Person, die beliebt war. Und dann war der Fame, ah ja, der Yannick war das, genau. Und dann war dieser Schul-Fame weg mit 15 und der hat sich komplett, war komplett lost. Und das fand ich eben auch spannend, irgendwann bist du lost. Also davon kommst du nicht weg. Ja, die Frage ist halt, irgendwann bist du lost, irgendwann haut dir mal einer auf die Zwölf und irgendwann wirst du in großer Panik sein. Sollte das sein, wenn du 25, 15 oder 5 bist. Und gerade diese ersten Jahre, also wenn so ein, wenn meine Tochter auf meinem Schoß sitzt und sagt und heult und sagt, ich will nicht in die Schule, weil ich da irgendwie Angst vorhabe, das ist ein ganz anderes Game, weil die noch so nah am Kind sein ist, als eine 15-Jährige, okay, du musst jetzt lernen, mal die Zähne zusammen zu beißen, da durch zu gehen, es ist nur noch, keine Ahnung, ein halbes Jahr und ich erkläre dir, warum das dich stärken wird, als sein, ich habe einfach Panik in die Schule und ich werfe mich auf den Boden und habe Goldkrämpfe, zum Beispiel. Du hast es gerade gesagt, irgendwann kriegst du alles auf die Fresse oder irgendjemand haut dir eins auf die Fresse. Das habe ich auch auf deiner Webseite gelesen, dass du da einem illegalen Fight Club beigetreten wirst. Das klingt extrem dramaturgisch. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen, das ist vielleicht etwas Marketing-mäßig aufgebauscht. Hat aber ein Bild in mir erzeugt, das hat auch richtig gut gemacht. Das ist ja auch, also so wie ich das, und das ist übrigens etwas, was ich sagen kann, das hat bei mir auch extrem viel ausgelöst, diese Zeit mit Schlägereien und so. Das hat auf der, also wenn ich die Story lese, hat das einen extremen Shift in dir gemacht, diese Szene. Und jetzt haben wir aber auch über Psychedelika und so geredet. Also das war ja, glaube ich, zuerst der Fight Club. Kann das sein? Ne, es war eher, also das, ich habe angefangen mit Kämpfen und habe dann irgendwann das erste Mal Psychedelika genommen und das war eine Gesamterfahrung. Okay, also das war alles so ein bisschen so. Genau, also der tatsächliche Kampf war, glaube ich, anderthalb Jahre nach dem ersten Mal Psychedelika. Also dann kam Tyler Durden irgendwo in einer Vision auf dich und hat gesagt, hey, let's go. Nee, 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 das war gar keine psychedelische Vision, sondern es war, ich habe halt, ich hatte da immer Angst vor. Ich fand das immer faszinierend. Also Karate geht geguckt, boah, geil. So, und ich bin dem immer so weggelaufen. Und ich hatte da Angst vor und gleichzeitig, das merke ich jetzt erst halt im Zuge des Podcasts, wo, dass ich scheinbar in einem relativ gewalttätigen Umfeld im Sinne von Schule aufgewachsen bin, wo halt so diese physische Gewalt relativ normal war und ich dem aber sehr wenig entgegenzusetzen hatte und im Zweifel immer versucht habe, wenn du mich nett findest, dann verhaust du mich wohl nicht, sozusagen. Ich habe quasi immer versucht, der Liebe zu sein, was mich natürlich, ich sage mal, in eine bestimmte Position befördert hat, nämlich das, ich habe mich quasi konstant unterworfen, so, und konnte gar nicht sagen, so, pass auf, das sehe ich aber anders, weil ich wusste, im Zweifel ist der stärker als ich, der verhaut mich, ich habe dem nichts entgegenzusetzen, dann muss ich mich dann unterwerfen. Also will ich mich nach dem Kampf unterwerfen oder vor dem Kampf, also im Zweifel noch vor dem Kampf, so, und das hat meine Persönlichkeit geformt und ich habe halt, ich habe so dieses Kämpfen-Ding, ich habe das immer rufen können, ich fand das total krass und total cool, wollte das aber immer, keiner hat beim Studium das ein bisschen versucht, aber halt immer ohne wehtun, so, immer ohne wehtun. So, und dann habe ich irgendwann gemerkt, das war dann so vor sechs Jahren, fünf Jahren, war so ein großer Wendepunkt in meinem Leben, habe gesagt, okay, ich habe mir Angst, wieso bin ich hier gelandet? Und die Antwort war, weil ich im Zweifel nicht das gemacht hatte, wovor ich Angst hatte. Und dann habe ich einfach konstant das gemacht, wovor ich Angst hatte und dachte, okay, ich hatte jetzt richtig Angst in diesen, das war in Kapstadt, so ein Graf Maga-Club. Und ich so, oh, das ist dein, das ist scheiße. Ich weiß, dass das cool wäre, aber das ist scheiße. Und dann bin ich da rein und ich weiß noch, wie ich diese Treppen hochführe. Und ich dachte, das hier riecht schon verschwitzt und das wäre gleich scheiße. Und habe das halt gemacht. Und dann halt immer wieder, wenn irgendwie das Leben, wie auch zum Beispiel dieses Bufo-Ding, der hat mich halt angerufen und hat gesagt, du, pass mal auf, Ben, wir machen jetzt hier so einen Retreat mit dem stärksten Psychedelikum der Welt. Bist du dabei? Ich sage, boah, ich habe da mega Angst vor. Ich mache das. Ich hatte keine Ahnung. Und ich habe einfach nur das gemacht, wovor ich Angst hatte. Und das war halt mit dem Kämpfen. Ich bin halt in so ein Cage einfach mal so gegangen, halt im Studio. Und ich habe halt fast Panik bekommen, einfach nur, weil ich da drin stand, wie schlimm es wäre, dass jetzt jemand vor mir steht und mich versucht zu verhauen. Und dem kann ich nicht sagen, ey, du, lass uns doch hier vertragen und du bist doch eigentlich cool und hier ist ein Kompliment für dich. Sondern der will mich dann einfach verhauen. Und das Einzige, was ich dagegen tun kann, ist, den zu verhauen. Das hat mich so, also ich habe einfach in allen meinen Sinnen gespürt, ich habe davor Angst. Also habe ich das gemacht. Ja. Und dann kam ja auch dieses Biest raus bei dir. Das hast du ja dann zum ersten Mal auch so gespürt bei diesen Fights. Und das ist ja schon ein wichtiger Punkt, dass du das auch mal als Mann unleashed. Das war die große Transformation. Eben, eben. Und das ist das, was ich noch nicht hundert Prozent verstehe, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Jugend denke, ich habe mich dem Kampf gestellt, ich habe sogar provoziert gewisse Kämpfe und habe dann auch, als ich vor allem auch mit Bodybuilding angefangen habe, das noch mehr angezogen. Also dieses Ego ist dann noch krasser aufgestiegen. Und bei mir war dann so nach der letzten Schlägerei, die ich jemals hatte, das war mit 19, glaube ich, habe ich dann die Narbe hier auch gekriegt. Und das war dann für mich so die Erkenntnis, die auch du in deiner Bio schreibst. Ich bin danach mitfühlender geworden. Ich habe danach mein Ego hinten angestellt. Ich habe immer wieder, wenn es Ego-Sachen gibt, weiss ich einfach, wie ich das schon... Aber bei dir war es ja so, du hast ja gelernt, eigentlich eher so dich zurückzuziehen. Und dann kam aber trotzdem irgendwo eine Phase, wo du gedacht hast, du bist krasser als jeder. Hast du das dann eher zerebral ausgelebt, also eher auf der mentalen Ebene, weil du körperlich das Gefühl hattest, unterlegen zu sein? Also wenn du sagst, ich hatte die Phase, als ich krasser war als jeder, die hatte ich quasi konstant in meinem Leben auf einer intellektuellen Welt. Ja, cerebral, ja. Ich hatte nicht das Gefühl, ich kann dich umhauen. Ich habe das Gefühl, ich bin klüger als du. Genau, genau. So, und das hätte ich dir konstant gezeigt und versucht, viel mit Ironie, hier zu pieksen, da zu pieksen. Und das war zum Beispiel auch eine Erkenntnis, ich glaube, nach dem ersten Psycho-Lizibien-Retreat, dass ich gemerkt habe, okay, warum sagst du das jetzt? Und wenn ich ehrlich zu mir war, habe ich gemerkt, ich sage das, um eine Hierarchie herzustellen. Ich mache mich über dich lustig, aber das war so ein bisschen lustig. Also, aber cool, eigentlich will ich einen Witz machen, aber der Witz geht auf deine Kosten und erhöht meinen Status und setzt deinen runter. So, und das habe ich dann, dann habe ich nach diesem Psycho-Lizibien, ich glaube, sechs Monate kaum gesprochen. Ich war so, normalerweise immer in so, war ich sehr aufbrausend, sehr extrovertiert. Ja, komm mal, mach mal das und so in Gruppen so. Und da war ich halt, habe einfach nicht gesprochen. Weil ich dachte, ich habe jetzt nichts beizutragen, was positiv im Wert wäre und was nicht dafür da wäre, irgendwie meinen Status zu erhöhen, zu zeigen, wie smooth, smart und cool ich bin, sondern, ja, dann habe ich halt, war ja sehr still. Hast du mal einen IQ-Test gemacht? Nee. Nicht, noch nie? Okay. Lass uns nochmal kurz in den Kampf gehen, weil ich glaube, das muss ich immer nur, dass das, die eigentliche Transformation war von, ich fand Sportunterricht immer scheiße. So, und ich habe das versucht zu vermeiden. Also ich war konstant in so einer Vermeidungsstrategie und denke, okay, jetzt hier zehn Liegestützen, alle, okay, wenn ich acht mache und bei vier noch die Knie dazu nehme, dann komme ich damit durch. Also ich habe mich immer versucht, so durchzuwinden. Und dann in der Trainingserfahrung habe ich dann irgendwann gedacht, nee, ich will quasi so das Inner Beast, also die Frage, wenn du dich hart belastest, dann kommst du zu dem Punkt, wo dein Körper sagt, so eine Scheiße mache ich nicht mehr. Und ich bin immer links abgebogen. Wenn ich das jetzt nur noch halb zu Ende mache und die Runde nicht richtig zu Ende laufe, so dann komme ich damit durch. Und da bin ich quasi in die andere Richtung. Ich will sterben, ich will die dunkle Energie, so ich will mit dem Teufel eins werden. Und das ging. Und da war auf einmal neue Energie. Ich dachte, okay, ich habe hier so eine dunkle Seite. Das hätte ich vorher komplett gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich bin einfach nur ein lieber Mensch und möchte, dass es allen gut geht. Und ich habe total keine dunkle Seite. Dann habe ich gemerkt, ey, ich habe eine fucking Dark Side. Und wenn ich die aktiviere, dann habe ich mehr Kraft. Dann kann ich in diesen Grenzsituationen, wenn ich eigentlich fast umfallen würde, kann ich noch kämpfen. Das habe ich das erste Mal gemerkt. In Kraft Maga haben wir das in Südafrika mal so gemacht, dass du halt eine Technik geübt hast. Und dann hast du, keine Ahnung, zehn Liegestütze gemacht. Und irgendwie so Burpees, so High Intensity. Und so bei dieser High Intensity Übung war mir schwindelig. Es hat sich alles gedreht. Und dann kommt aber der Typ mit dem Messer, der Pistole, was auch immer. Und dann hast du diese eine Entwafflungsübung geübt. Und in dem Moment, wo diese Kampfsituation wieder war, war mir nicht mehr schwindelig. Und ich dachte so, krass, so wenn ich meinen Körper fordere, dem ist halt schwindelig. Aber wenn ich merke, es geht hier um Kampf. Und wenn ich mich auch meinen Geist darauf einstelle und ich denke, oh, ich muss diese Übung noch siebenmal machen. Sondern wirklich denke, der hat wirklich ein Messer. Der will mich fucking umbringen. Ich muss den zuerst umbringen. Dann wird alles klar. Dann gibt es den Tunnel. Und ich dachte, wie krass ist das denn? Und da muss ich mehr von machen. Also da kann ich, da habe ich quasi eine Batterie, von der ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Wie geil ist das? Und wenn ich die bewusst ansteuern kann, ja geil. Ja, das ist mega geil, wie du es auch erklärt hast. Ich merke das auch immer beim Hiken. Also wenn ich so an meine Grenzen komme. Da gibt es so den, ich will jetzt, da gibt es wirklich so diesen einen Mischer, der sagt so, oh, es wird hart. Und wenn ich dann aber sage, so komm, du kleiner, sag es, du kleine Pussy. Dann, ja, dann kommt so eine Stimme, die dann sagt, komm, let's go. Und dann gehe ich in diesen Schmerz rein und dann plötzlich, bam, habe ich viel mehr Energie als vorher. Und es ist wirklich so ein Unleash, so wie eine Batterie. Und du hast ja vorhin auch schon Jordan Peterson erwähnt. Und der sagt ja auch, das ist eines meiner Lieblingszitate von ihm, A good man is not a harmless man. A good man is a very dangerous man that has himself under voluntary control. Korrekt. Also jemand, der sein Biest entsprechend auch kennt und weiß, es ist da und weiß, er kann es auch aktivieren. Aber er hält es ganz bewusst auch in Kontrolle, weil, ja. Da gibt es ja dieses sehr bekannte Bibelzitat, was ja, the meek shall inherit the earth. Und dieses meek ist halt die, die, auf Deutsch heißt das, wie heißt es auf Deutsch? Die Sanftmütigen werden die Erde beherrschen, ebenso sinngemäß. Und er übersetzt sanftmütig, also meek, aber mit, those who have swords and know how to use them, but keep them sheath, will inherit the world. Also du musst halt gefährlich sein. Wenn du nicht gefährlich bist, dann bist du, also das war mein Bild, wenn du halt nicht gefährlich bist, dann bist du halt kein Wolf, der so wahnsinnig diszipliniert ist, sondern bist ein Hase. Und für den Hasen ist es überhaupt kein moralisches, großer Verdienst, wenn er niemand anderen frisst, weil er kann keinen anderen fressen. So, ich war aber immer der Hase und hab gedacht, ach, ich bin aber so gewaltlos, ist das nicht, ich bin doch ein super cooler Typ. Aber ich konnte halt nichts. So, und das war der Grund, warum ich mich freiwillig für Gewaltlosigkeit entschieden habe. So, und jetzt ist es was anderes. So, und jetzt kann ich Gewalt, ein bisschen zumindest, und kann mich aktiv für oder gegen Gewalt entscheiden und dann ist es was anderes. Ja, ja. Gehst du noch fighten jetzt regelmäßig? Ich war drei Monate nicht, weil ich verletzt war. Und jetzt haben sich so Gewohnheiten verändert und ich muss mal wieder. Und ich hab eigentlich, ich hab schon, also ich mach zum Beispiel Schattenboxen als Part von der Aufwärmroutine oder so. Das ist schon irgendwie in mir drin und ich hab halt einfach Bock. Mal wieder full contact, oder? Ja, nicht unbedingt, also nicht nochmal kämpfen, also kämpfen ist für mich, Sparring ist fein. Also ein bisschen einen auf die Mütze zu bekommen, das ist gut und halt vor allem halt an die Grenzen zu gehen und aber gleichzeitig, und das finde ich, ist ja beim Kämpfen so cool, du bist komplett fertig und wenn du jetzt Krafttraining machst, also du bist komplett fertig, musst du kein, also im Bodybuilding, wenn du krass bist, wahrscheinlich noch, weil du die Form halten musst. Aber wenn du einfach fertig bist und dir jemand auf die Mütze hauen willst, musst du halt im Geiste klar bleiben. Ja. Und diese Kombination zwischen, mein Körper würde gerne sterben, aber mein Geist muss klar sein, das ist halt… Das ist eine krasse Kombination. Genau. Ja, das ist echt eine krasse Kombination. Jetzt haben wir autobiografisch, also es ist witzig, oder? Ich habe auch in meinem Buch geschrieben, die Narbe des Egos, das war auch so einer meiner Gamechanger. Hast du den Kampf verloren oder gewonnen mit der von der Narbe? Boah, ich habe am Schluss fast einen, also ich hätte ihn wahrscheinlich umgebracht, wenn nicht drei Securities, es war in einem Club, die haben mich dann gewürgt, so lange bis ich fast bewusstlos wurde, ich musste dann auch ins Krankenhaus. Wow. Und die Narbe hatte ich wegen einer Kopfnuss. Die du verteilt hast? Ja, also ich war da nicht so geübt. Ich hatte auch noch eine Flasche, es hat alles angefangen mit einer Flasche über den Kopf und so, das war sehr weird. Hast du die Flasche oder… Nee, nee, das war das Ding, das waren alles Besoffene. Das war auch das letzte Mal, dass ich Alkohol getrunken habe und auch das letzte Mal, dass ich in einem Club war, wo viele Leute saufen. Und immer wenn ich mal wieder in so einem Club bin, ich war zum Beispiel letztes Jahr wie immer am Burning Man und dann war ich ein paar Wochen später in Ibiza in einem Club. Und es ist so unglaublich, was das für ein Unterschied ist. Also wenn du dort einfach, also wie gesagt, ich glaube, es wird mir nicht mehr passieren. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, also das Einzige, wovor ich noch Angst habe, sage ich mal, sind so zwölf- bis vierzehnjährige brasilianische Kids mit einer Knarre, weil die machen halt alles. Da hast du, selbst wenn du gar kein Ego hast, kann der, der knallt, das ist das Alter, die knallen halt einfach. So junge Kids. Aber sonst habe ich das Gefühl mit Männern, da gibt es immer so eine Ebene, auf der man sich sehen und erkennen kann und weiss, so yo, weißt du, so entspannt. Und es gibt auch dieses witzige Gedankenexperiment, wenn jetzt jemand dich so richtig so abschlagen will, was könntest du machen, damit er die Flucht ergreift? Und ich denke immer so, wenn du dir einfach so die Hose runterziehst und sagst so, also komm, weißt du, so. Für viele Dudes wäre das so, was bist du für ein ekelhafter Typ, so. Nee, aber. Könnte man machen, wenn er dich trotzdem angreift, die sieht richtig scheiße aus. Ja, scheiße, Mann. Aber was ich so witzig finde, ist eben diese autobiografischen Sachen. Und du hast auch die Schlägerei dich geprägt hat. Du hast auch die psychodelischen Erfahrungen. Und über was ich auch schon öfter gesprochen habe, ist so dieses Thema Trennung. Bei mir war es keine Scheidung, es war eine Trennung, aber auch verlobt. Hat das auch so viel mit dir gemacht? Kann man da reingehen und sagen, da hast du auch nochmal was für dich mitgenommen? Da habe ich auf jeden Fall was für mich mitgenommen. Und da ist halt die Frage, nimmt man aus einer Scheidung was mit? Also ich glaube, dass die allermeisten Leute, oder sprechen wir von mir, nicht heiraten, um sich scheiden zu lassen. Also es ist eine Scheidung ja irgendwie, das ist die Bestätigung, dass es nicht geklappt hat. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Scheidungspartys, es gibt Leute, die Scheidungspartys feiern, finde ich irgendwie abstrus. Weil du tust halt so, als wäre ein Misserfolg ein Erfolg. Kann man so und so sehen vielleicht, aber für mich ist es halt ein aktiver Misserfolg. Aber ich habe was anderes rausgelernt und ich habe halt gemerkt, dass meine Partnersuchverhalten oder mein Dating, nicht Datingverhalten, aber so, wenn ich quasi die Beziehung des ersten, meiner ersten 35 Lebensjahres ungefähr angucke, dann habe ich immer danach gestrebt, irgendwie Partnerin zu haben, die was ausgleichen, was mir fehlt. So und habe quasi, ich stand quasi, das ist mein Bild, auf einem Bein und habe jemand anders gesucht, der idealerweise auf zwei, aber erfahrungsgemeinlich auf einem Bein stand und habe gesagt, pass auf, wenn wir uns aneinander festhalten, dann haben wir zwei Beine und dann sind wir eigentlich gesund und es ist alles super mit uns. So und dann ist natürlich so, dass in dem Moment, wo du das wieder auflöst, hast du wieder ein Bein und denkst, scheiße, scheiße, scheiße. Und ich hatte halt quasi ganz tief in mir drin, ich hatte ein Auge für so die Crazy Ladies oder nicht ein Auge, sondern Präferenz. Und das war so abstrus zum Teil, dass sie aus, gib mir tausend Mädels, ich finde die verrückt. Ich war zum Beispiel in Dubai, innerhalb eines Tages war das so, dass in dem ersten Club, das war so ein, kein Mittags irgendwie, tausend Menschen, vielleicht zweitausend, irgendwie ein Mädel, unsere Augenpaare treffen sich und ich spreche noch mit meiner Freundin, also nicht Freundin, sondern die Freundin meines Freundes, mit der ich da war und die sagt so, sag mal, ist hier irgendwer, den du interessant findest? Ich sag, hier vorne gibt es so ein Mädel, die habe ich gerade und unsere Augenpaare treffen sich, die rennen aufeinander zu, wie im fucking Film, fallen uns in die Arme und wir waren so, findest du das auch so scheiße hier? Ich so, ja, und wir waren gefühlt, als hätten wir uns Ewigkeiten gekannt. Dann gibt die mir sofort ihre Visitenkarte und sagt, du hier, wir müssen auf jeden Fall, falls wir getrennt werden, irgendwie hier, wir sind sinngemäß füreinander bestimmt. Und so, dann irgendwie, keine Ahnung, dann ist die wieder weggegangen kurz und dann kam meine Freundin, also nicht Freundin, Freundin und sagt, hey, kanntest du die? Ich sag, nee, ich hab die gerade das erste Mal gesehen, aber wir sind fucking Seelenverwandt. Und sie sagt, äh, ein bisschen komisch, ne? Es hat keine fünf Minuten dann gedauert, dann kam eine Freundin von dieser, meiner Seelenverwandten quasi und hat, wollte die Visitenkarte zurückhaben. Sag, du musst dir die Visitenkarte zurückgeben. Hier, ich sag, okay, was ist denn los? Und dann sind die alle aus dem Club gegangen. So, crazy. War immer crazy. Das war Club 1. Dann, Club 2, sind wir, da war halt auch irgendwie so ein Mädel und die hat dann so rumgetanzt und dann kam die so auf mich zu und wir haben so ein bisschen Augenkontakt gehabt. Dann beißt die mir ins Ohr. Ich sag, Mädel, beiß mir nicht ins Ohr. Ich sag, ich tu dir weh. Ähm, wenn du mir ins Ohr beißt. Daraufhin ist die so ausgerastet, dass die, erst haben ihre Freunde versucht, die zurückzuhalten und dann kamen die Türsteher, haben die versucht zurückzuhalten und die haben die ganze Gruppe rausgeschmissen. Oh, wow. So, ein Tag mit mir, Dubai, so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also, ich hab wirklich, ich hab nichts Krasses gemacht. Das ist jetzt nicht das, also, was ist mein Eigenanteil? Mein Eigenanteil ist ganz klar, ich hab sie gefunden. Ich hab aus allen die Verrückte ausgewählt und das hab ich historisch schon ein paar Mal gemacht und hab halt dann immer quasi versucht, mir möglichst schwierige Partnerinnen zu suchen, die irgendwas hatten, was ich nicht hatte und dadurch, ich glaube, so eine Prädisposition für so toxische Komponenten. Ja, ja, ja. So, und die sind natürlich nie, so, ich bin total cool und, aber irgendwie gerate ich immer an die Falschen. So, nee, nee, nee. Ich such mir aktiv Leute aus, die das, ihr, die was haben, was ich spannend finde. Und ich fand dieses, dieses, diese verrückten Mädels fand ich einfach mega und erst mittlerweile, so nach diesen ganzen psychodänischen Kampfsachen, meine Freundin ist nicht verrückt. Nicht, noch nicht verrückt? Nee, nee, nicht noch nicht verrückt, sondern die ist einfach wirklich, und das sagen auch alle meine Freundinnen, äh, meine Freundin, meine Freunde, die sagen so, ey, das ist ja krass, die ist ja einfach, die ist ja nicht verrückt. Wie krass ist das, Benjamin? Aber sie hast du nicht bei Tinder kennengelernt, nehme ich davon? Die habe ich tatsächlich über Bumble kennengelernt. Ah, okay, krass. Also das funktioniert, ne? Das funktioniert, ja, ja. Oh, wow. Das war ja, also während Corona und damals gingen halt auch nur Apps, weil es gab halt auch nichts und das hat schon funktioniert. Ja, es ist spannend, dafür sehe ich mich auch wieder in dir. Du hast ja auch gesagt, ich suche mir Frauen, die spannend sind, aber da kommt wieder diese Spannung in deinem Bauch, die Kugel, da kommt wieder dieses, ähm, vielleicht fühlen wir nichts genug und eine Frau, die so aufregend, so crazy ist, gibt uns dann das Gefühl, wir sind wieder am Lebendigen. Ist auf jeden Fall ein Kompensator. Ist es nicht, weil ich und du so gesund sind, ähm, dass wir da zufällig an die, die die Falschen, sondern man sieht das ja auch. Die haben häufig dann auch so E-Mail-Adressen, sie irgendwie, äh, crazygirlchantalet, äh, 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 so, ja, so, das ist halt, alle wissen das, man selbst weiß das, aber es ist halt irgendwie, das ist das Spiegel mit dem Feuer. Ja. Und das ist halt irgendwie schon cool, aber mittlerweile bin ich da zu alt. Ja, ja, fair enough. Ja, die Heike Melz hat mal gesagt, das ist auch eine, so, ein Paartherapeutin auf meinem Podcast, hat die gesagt, ja, Misha, du als ATA-Essler, du musst eigentlich lernen, ähm, das ist eigentlich so eine ganze, also wie du sie als langweilige Beziehung bezeichnen würdest, das musst du eigentlich irgendwie lernen, das zu schätzen, das gut zu finden. Und ich so, oh nein, das ist noch nicht, da bin ich noch nicht. Ja, aber das, glaube ich, ist auch Quatsch. Ja, also. Aber ich verstehe, was sie meint, das ist einfach so dieses, weißt du, man sagt ja Hyperarousal, wenn das Nervensystem immer so ein bisschen aroused ist. Und, und das ist ja schon das, was, äh, wir irgendwo haben, so, und, so, und, deswegen willst du ja auch immer was Neues, irgendwas, äh, lernen, und dann müssen wir mit neuen Menschen sprechen. Also, ich, ich finde, man kann das eben auch geil, also, man kann da auch ein Architekt seiner Bedürfnisse werden, so sehe ich es mittlerweile, statt da irgendwie heilen, heilen und, und mich verändern und mich als Problem zu sehen, sage ich so, nee, wie kann ich einen Kontext schaffen, in dem das, was andere jetzt als Schwäche sehen und auch in gewissen Kontexten als Schwächen ist, zu meiner größten Stärke wird, weißt du, was ich meine? Ja, das ist die eine Komponente, die, also, wer bin ich und wie kann ich meine Schwächen quasi zur Stärke machen? Dann gibt es aber die Komponente von, vielleicht bin ich in Anführungsstrichen ein bisschen krank oder ein Teil von mir ist krank, also nicht gesund. Ähm, und wie kann ich das heilen? Und das sind dann häufig die Dinge, äh, was sind, in meiner Vergangenheit war es so, dass dieses, äh, ich sag mal, Crazy-Girl-Syndrom, äh, was, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, den Namen gibt es wahrscheinlich nicht. Ähm. Es gibt die Hot-Crazy-Matrix, die kennst du sicher? Die kenne ich auf jeden Fall und ich war auf jeden, ich war immer in Bereichen, wo man, nicht immer natürlich, ne, aber in Bereichen, wo man eigentlich nicht sein sollte, ne. Ähm. Und das aber, die Frage ist halt, wie löst man das? Und wenn deine Paartherapeutin in deinem Podcast gesagt hat, ja, du musst halt lernen, dich quasi, das hat sie nicht so gesagt, aber so unterprässe ich das immer, äh, dich damit abzufinden, dass ein langweiliges Mädchen, eine langweilige Frau gut für dich ist, so, für mich hat dieses ganze Kämpfen, dieses ganze, so, mich folge meine Angst, weil ich hatte Angst vor was, würde das kompensieren und dann, der, der Körper sucht sich, ja, Ventile. Ich habe jetzt aus dieser ganzen Hypnose-Bubble gehört, es gibt halt so, zum Beispiel die suggestive Hypnose, Anti-Rauchen. Da sagt man, du rauchst nicht mehr, du findest Rauchen eklig, da, 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 da. So. Und da gab es jetzt nur einen Fall, da hat sich jemand das Rauchen weghypnotisieren lassen, und, ja, der hat halt zwei Wochen später seine Freundin verhauen. Oh, shit. So. Was ist da passiert? Irgendwas ist da, was nicht gut ist. So, Rauchen ist ein gutes Kompensat dafür. So, wenn du sagst, okay, jetzt nimmst du das Kompensat raus, das muss irgendwo anders hin. So, und die Frage ist, wie heilt man das? Und bei mir war es so, mein Streben nach, zum Beispiel jetzt diesen Crazy, dieser Craziness, habe ich darüber heilen können, dass ich selbst, ich sag mal, so ein bisschen crazier geworden bin. Und quasi, ich fand das früher ganz toll, das hat mir dann meine Mutter irgendwann erzählt, dass ich hätte als Kind niemals was Verbotenes getan. So, das war, ich habe nie, irgendwie, ich stand nie im Klassenbuch, ich wäre fucking das liebste Kind. So, aber ich fand das ganz toll, meinem Freund damals dann zu sagen, mach doch mal das. So, dann hat der was Verbotenes getan. So, das heißt, ich habe quasi dieses, diese dunkle Seite in mir über andere Kanäle ausgelebt. Und für mich war Schlüssel, die dunkle Seite zu finden. Und jetzt kann ich ganz entspannt vor dir sitzen und habe nicht das Gefühl, ich muss dir mich ja irgendwie einen auswischen. Was kann ich von dem noch? So, sondern ich bin halt entspannt. Und das hat das, also ich konnte nicht, meinen, oh, ich habe irgendwie eine schwierige Beziehungspräferenz, mit irgendwas auf der Beziehungsseite lösen, sondern ich musste in einen anderen Lebensbereich. Ich habe gemeint, okay, ich habe scheinbar Angst vor Dingen, die ich nicht mache und ich habe halt, keine Ahnung, Keine Ahnung, Breaking Bad geguckt. Ich fand das mega. So, der ist halt einfach hochgradig illegal. Ich würde aber selbst nie was Illegales machen. So, warum ist das so? Das zu finden und das war für mich der Schlüssel. Spannend. Vielleicht noch zum Thema mir eins auswischen. Ich fand dieses eine Thema, was wir letztens besprochen haben, da können wir vielleicht jetzt gerade noch drauf eingehen, so maskulin, feminin. Da habe ich ja gesagt, für mich ist das Feminine, der Körper sagt mir und das Maskuline ist, ich sage meinem Körper, das heißt, wenn ich ins Gym gehe und ich sage, ich muss jetzt zehn Reps squatten, dann sage ich meinem Körper, let's go. Wenn ich Salsa lernen muss, dann muss ich zuerst das Maskuline anwenden und meinem Körper das beibringen, bis irgendwann der Körper übernimmt und ich gar nicht mehr groß was machen muss. Also Yoga auch. Du kannst Ashtanga-Yoga machen, du kannst die ganzen Asanas lernen mit einem Lehrer und das ist maskulin und dann kannst du aber auch sehr intuitives Yoga machen, wo du eigentlich nicht was sagst, sondern dein Körper sagt dir einfach. Und das ist für mich so der einfachste Begriff, also die einfachste Möglichkeit, das zu trennen. So Körper sagt mir, ich sage meinem Körper. Und du sagst, du siehst es komplett anders. Ja. Okay. Du hast erzählt, dass du überlegst, in Zelda, im Zelda-Film, irgendwie so ein Orca, so ein Monster zu spielen. Und jetzt überlegen wir mal, wie so eine Szene aussehen kann. Also warum haben die dich gewählt? Ja nicht, weil du der kleinste, schwächste der Welt bist, sondern du sollst möglichst furchteinflößend aussehen und dann gibt es vielleicht so eine Szene, wo du, ich sage mal, so zehn Menschen so in zwei Stücke reißt, den Kopf abbeißt und wenn du dich da so richtig reinfühlst, wie du deren Blut trinkst und so richtig ultraaggressiv bist. das wäre völlig disziplinslos, extrem geleitet von deinen Gefühlen, aber da bist du ja nicht besonders feminin. Das ist einfach in dem Moment expressed, also einfach komplett reaktiv. Das ist für mich, vielleicht, um es vielleicht noch mal so zu erklären, es gibt ja so diese Komponente reaktiv sein oder eben non-reaktiv sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, du willst urinieren und jetzt gibt es, du spürst, jetzt kommt dieser Druck und für mich ist non-reaktiv sein, ist es erlauben, einfach erlauben, was schon da ist. Jetzt gibt es aber zwei verschiedene Arten, wie man das lösen kann. Jetzt kannst du zum Beispiel sagen, hey, der erlaubt, also ich bin im Auto, ich muss unbedingt urinieren, aber ich erlaube mir, das zu beobachten, also auf einer observativen Ebene, ich erlaube mir, den Druck zu beobachten und nicht zu urinieren. Das ist für mich maskulin. Ich schaffe es, diesem Druck sozusagen den da sein zu lassen. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit so mache, oh nein, ich muss unbedingt, dann bin ich nicht maskulin, dann bin ich eher so in meinem, dann bin ich reaktiv und dann reagiere ich sozusagen auf diesen Impuls, ich muss urinieren. Jetzt gibt es aber auch die andere Sache. Jetzt bist du an einem Pissoir und aus irgendeinem Grund stehen fünf andere dominante Männer neben dir und du müsstest eigentlich pinkeln, aber du kannst nicht, weil du dich beobachtet fühlst. Und in dem Moment ist das Erlauben, ja eigentlich loslassen zu können und zu urinieren und das geht ja dann auch nicht, weil da eben etwas dich davon abhält, loszulassen. Deswegen ist jetzt die Frage, was ist jetzt Erlauben? Ist es jetzt Beobachten beobachten oder ist es Loslassen in diesem Beispiel für dich? Was ist Erlauben? Ja, weil das ist ja, weil für mich gibt es ein feminines Erlauben, das ist animativ, das heißt tanzen oder sich einfach gehen zu lassen und das maskuline Erlauben wäre, diesen Impuls wahrzunehmen und zu sagen, ich beobachte ihn, aber ich gehe nicht drauf ein. finde ich schwierig. Ich überlege gerade, wie man das, also ich glaube, das Loslassen und das Loslassen sowohl feminin als auch maskulin sein kann, als auch Disziplin, sowohl feminin als maskulin. Wenn du zum Beispiel eine Mutter nimmst, so eine Mutter gibt ihr Kind im Kindergarten ab und vergisst es abzuholen. Ist das jetzt besonders feminin, besonders mütterlich, das Kind zu vergessen? Nein, die muss ja wissen, er hätte es gemacht, 14 oder 15 oder keine Ahnung. Deswegen glaube ich, dass diese Disziplinkomponente ist geschlechtsübergreifend. Das sowieso, das will ich auch gar nicht, also eine Frau, deswegen sind ja auch Eltern meistens, also zum Beispiel, wenn du, sobald eine Frau ein Kind hat, ist sie ja darauf, also muss sie ja mit dem Mann, musst du ja als Paar viel mehr in der gleichen Energy sein, also zum Beispiel in Resonanz treten. Das heißt, wenn ich jetzt, ich bringe sie zur Kita, du holst sie ab. Das heißt, wir müssen beide in unserem Maskulin sein und kommunizieren, weil das ist ja Resonanz. Aber wenn ich ja jetzt sozusagen in mein Feminine droppen will als Frau am Abend und du bleibst in deinem Alpha, also du bleibst in deinem Maskulin, dann kann nur so, kann ja dann auch wieder sexuelle Tension entstehen. Für mich ist das der Nummer eins Grund, warum die meisten Eltern irgendwann Freunde werden oder Geschäftspartner Freunde werden und nicht mehr wirklich Spaß im Bett haben, weil sie eben nicht verstehen, dass es Polarität dafür braucht und ein Geschlecht, kann auch der Mann sein, der sich dann halt komplett in sein Empfangendes legt. Aber zum Beispiel eine Frau, die am Abend dann einfach für sich eine halbe Stunde tanzt und anfängt, sich zu bewegen, die kommt dann automatisch wieder in diesen Modus, wo ich als Mann, wenn ich das sehe, wie sie in ihrem Körper ist, das finde ich geil. Aber wenn sie sagt, hey, mir immer noch Freundschaft, ich rede so, wie war heute dein Tag und wie war dein Tag, dann bleibt es eine Freundschaft, aber das wird dann halt nicht spicy. Also das ist eher dieses Verständnis darüber, dass wir diese zwei Pole geschlechterübergreifend haben, aber es ist halt wichtig zu verstehen, bin ich gerade in meinem Körper oder bin ich gerade hier? Ja, aber ich glaube, das sagst du ja im Prinzip, im Prinzip sagst du, dass im Körper zu sein ist feminin und im Kopf zu sein ist maskulin. Ja. Und das glaube ich nicht, weil du kannst zum Beispiel, also wenn jetzt deine Partnerin da tanzt, dann fühlst du dich dadurch angetürnt, weil die besonders weich ist, weil das, was zieht dich an? Die könnte auch sagen, um 18 Uhr Punkt tanze ich und dann tanzt die weich, aber das ist die Weiche und die Feinheit. das könntest du sagen, was kann ich jetzt machen, damit die mich irgendwie attraktiver findet? Ich trainiere abends. So, und ich, keine Ahnung, setze mich da ins Wohnzimmer oder bei euch da auf die Terrasse und hebe einfach schwere Gewichte hoch und bin schweißüberströmt. So, dann ist das, lässt du dich im Zweifel auch oder er haust gegen einen Boxsack. Das ist, glaube ich, besser. Und du lässt einfach deine Kraft unkontrolliert in diesen Boxsack raus und die sieht das aus, boah, du bist der fucking geilste Typ. Glaubst du, es ist so? Weil in dem Moment, nimmst du dich ja wahr, in dem Moment, das ist ja, wie ich in den Raum reinkomme. Wenn ich als Mann in den Raum reinkomme und ich gehe, ich gucke mich da jetzt nicht groß um, sondern ich gehe straight einfach in den Raum rein und gehe zu einer Person, dann werde ich ja von allen anderen wahrgenommen. Und ich bin ja in dem Moment so sicher in meinem Masculine, dass ich sogar ins Feminin gehen kann. Das heißt, ich muss nicht zuerst den ganzen Raum abchecken und alles analysieren, weil das ist ja eher unsicher dann. Also das heißt, Maskulin heisst auch nicht sicher sein und Feminin unsicher. Das heißt, eher so bin ich in der Lage, mich auch beobachten zu lassen. Das heißt, wenn die Frau tanzt und sie ist voll offen, dann spürt sie, je offener sie ist, meinen Gaze, also meinen Blick. Das heißt, ich sehe sie dann, ich observiere sie auch hier wieder und sie fühlt, dadurch wird sie geil. Dadurch, dass ich, wenn ich jetzt auch mit ihr mittanze, dann sind wir wieder beide in unserem Feminin, dann ist es wieder eine Resonanz sozusagen. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen vielleicht mich sogar noch zurückhalten muss, weil ich könnte auch näher kommen, aber ich gebe ihr sozusagen diesen, ich gebe ihr das nicht. Das heißt, ich halte den Abstand, obwohl ich eigentlich gerne zu ihr würde, dann spürt sie, wie ich sie will, wie ich sie sehe und sie, also ich merke das immer wieder bei Frauen, wie krass es ist, wenn ich eine Frau betrachte und sie natürlich will, dass ich sie anschaue. Das kommt auch immer noch dazu. Wenn ich diese Stalker aus dem Gewürste. Dann ist es mega, wie die manchmal sich richtig dadurch auch fühlt noch mehr, wie man kann jetzt wieder sagen, wie Gott, der sozusagen drauf schaut, oder, auf sich selbst, aber im Tantra sagt man immer, es ist diese Getrennte, dass dieser Betrachter, das ist, das macht es dann aus. Und in dem Moment, wenn ich weggucke, fällt dann manchmal auch so die Körperspannung ein bisschen zusammen. Sagt mein Kollege, schau mal, jetzt hast du weggeguckt, schau mal, jetzt ist die ganze anders. Und ich so, oh wow. Das heißt, wenn eine Frau komplett bei sich ist, dann ist es eh egal, aber wenn sie halt eben das auch genießt, das ist, für mich ist es so ein Wechselspiel. Ich sehe dich, du fühlst dich. Das heißt, ich kann dir jetzt die Möglichkeit geben, dich zu fühlen, indem ich einfach komplett meine Aufmerksamkeit auf dich richte. Und wenn du das natürlich erlaubst, du dich öffnest dafür, dann fängst du an, auch in deinem Körper mir zu vertrauen und gehst in deinen Körper rein und ich finde das immer, also das macht mich dann in der Regel geil als Frau jetzt, wenn ich das jetzt eine Frau mache vor mir. Ja, also vielleicht, was wir betrachten oder was wir diskutieren, ist möglicherweise Wortklauberei. Ja, das kann sein. Das Problem ist, dass alles, was du machst, dadurch, dass du quasi irgendwie so der reinkarnierte Aquaman bist, hat einen maskulinen Touch. Das heißt, selbst wenn du die Steuererklärung machst, ist das irgendwie maskulin. So, wenn wir jetzt aber mal von jemandem an durchschnittlicheren ausgehen, also wenn wir zum Beispiel sagen, sich fallen zu lassen ist weiblich, sich zu kontrollieren ist männlich. Stell dir mal einen, ich sag mal, so einen stereotypischen Buchhalter vor. So, und jetzt tanzt der und ist total verkrampft, weil er sich so kontrolliert. Er tanzt quasi wirklich wie ein Roboter. Da würdest du nicht sagen, der ist besonders kontrolliert, der ist besonders männlich. ich würde es eher umgekehrt machen. Ich würde sagen, Koh Phangan, Ecstatic Dance, völlig feminin, weil du machst einfach, was der Körper dir sagt und ich habe eine Choreografie, total maskulin. Choreografie, es gibt viele Frauen, die tanzen mit Choreografie, das ist maskulin, das ist Mastery. Ich meistere eine Choreografie. Ich bin in der Lage, meinem Körper so oft zu sagen, was er tun soll, bis er es zur Perfektion treibt und dann irgendwann kann ich wieder loslassen. Aber das ist eben der Grund, warum ich zum Beispiel auch diese Ecstatic Dances nicht immer so sexy finde. Vor allem, also da bin ich zum Beispiel auch immer im Feminine, aber da finde ich auch oft jetzt nicht irgendwie so eine krasse Polarität mit Frauen. Es ist erst dann, wird es polar, wenn ich sozusagen wieder in einen anderen Modus trete. Ja, ich würde aber eher sagen, es ist die, so das Ding bei Ecstatic Dance ist, du lässt dich fallen, aber du hast auch keine Tension. Genau. Und dieses sich fallen lassen, aber du kannst dich auch, in der Tension, also das hier Boxack, einfach bap, 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 lässt du dich mental fallen und du sagst, ich will diesen Boxack jetzt einfach schlachten, sondern du lässt dich in diese Aggression, in dieses Dunkle, lässt du dich fallen. und das heißt aber, ein Boxack oder an Gewichten, dass halt da Tension ist. Und dann wäre diese Anspannung, die Stärke wäre für mich das Maskuline, es wäre nicht. Aber es ist linear. Du sagst, ich möchte diesen Boxacks zerstören, das ist ja linear, das ist wieder Maskulin. Wenn du sagen würdest, ich will einfach mit diesem Boxack zusammen tanzen, ich will mal gucken, was da so passiert. Also es geht... Ich möchte nicht den Boxack, das geht nicht um das Rationalziel, den Boxack zu zerstören, sondern es geht darum, maximale Energie zu schaffen und in diesen Boxack reinzuballen. Das ist ein Ziel. Das ist linear. Ja, aber ein Ziel wäre auch, ich lasse mich fallen und gehe genau mit der Musik sensibel mit. Das können wir... Das Ziel ist es, zum Excited Dance zu fahren und dort dann loszulassen von dem Ziel. In dem Moment, wo ich die Musik höre und sozusagen diese Musik mich anfängt zu spielen, also die Musik spielt mich, das ist dann wieder Feminin. Dorthin zu fahren, den Plan zu machen, also man kann auch sagen, Maskulin ist linear und Feminin ist nonlinear. Das siehst du auch in der Sexualität der Frau. Das hast du ja selbst vorhin gesagt. Die Frau will eigentlich was ganz anderes. Soran hat das gesagt. Sie will eigentlich gar nicht... Die Frau will auch viel mehr Fantasie beim Sex. Sie will eigentlich gar nicht wissen, was... Und je mehr... Ich zum Beispiel kann sagen, dass meine größte Revolution in meiner Sexualität war die feminine Sexualität für mich zu erforschen und zu lernen, wie viel geiler das ist. Nicht nur, nicht nur in dieser Energy zu sein, aber dieses auch zu integrieren in mir und dann gar nicht mit einem Ziel, mit einem... Das ist übrigens fucking schwer, weil da ist immer so ein Teil natürlich so... Aber ich sage so, je krasser du dich vom Ziel löst, desto interessanter wird es, desto tantrischer wird es auch irgendwo. Ja, man kann das Feminin, Maskulin nennen, aber also ich gehe... Ich bin mit dem Polaritätsargument komplett bei dir. So, ich glaube nur, dass es nicht unbedingt diese Disziplin ist, die das Maskulin macht, weil, nimm jetzt mal eine komplett disziplinlose Frau, die fett Chips vor dem Fernseher isst. So, die lässt sich komplett gehen. So, die lässt sich fallen, diese Chips-Experience. Da würdest du nicht sagen, oh, die ist aber besonders feminin, wogegen das Fitnessmodel so wahnsinnig maskulin ist. Ich finde, wie du es natürlich siehst und interpretierst, ist ja eine Sache, aber es ist ja schon bewiesen, dass Männer, die zum Beispiel eben nicht in der Lage sind, ihren Appetit zu regulieren, dann eben auch übergewichtig werden. Dann ja von Frauen schon auch, das ist ja ein Virtue-Signal, wenn du ein Six-Pack hast. Deswegen... 1 zu 1 für Frauen. Also Frauen, die ihren Appetit nicht regulieren können. Genau, weil Frauen ja auch... Also im Tantra gibt es eine bessere, gibt es eine Aufteilung zwischen Alpha und Omega. Ich finde, das klingt besser, weil du, ich merke, bei dir vermischt es sich immer noch mit den Geschlechtern. Also ich zum Beispiel würde sagen, dass ich früher mal so 90% maskulin und vielleicht 10% feminin war und jetzt kann ich diesen femininen Core viel besser spüren. Der ist jetzt bei mir so bei 30%, 20, 30%. Lustigerweise ist das etwas extrem Maskulines. Mein feminin ist bei 30, 35,2%. Genau, weil es Messen ist. Es ist wieder linear. Es ist wieder in der linearen Welt. Und ein anderes Beispiel, wo man es zum Beispiel auch sehr gut erklären kann, ist so wie du und ich. Wir sehen so viel, wir messen so viel, wir sind so aware, aber manchmal spüren wir gar nicht, was wir sehen. Und eine Frau, die extrem feminin ist, das sind die, die spüren eigentlich, irgendwas ist falsch, aber sie können es nicht benennen. Sie können es nicht irgendwie in Worte fassen. Das ist diese Intuition. Also Intuition ist auch hier wieder feminine. Und das Bewusstsein, der Seher, der, der sieht, das ist wieder der maskuline Anteil. Aber das ist, wie gesagt, das sind nur diese Lehren aus dem Tantra. Und für mich haben diese Bewusstseinsfelder, also das hat für mich die letzten zwei, zwei, drei Jahre zum meisten Bewusstsein geführt. Auch zum Beispiel an einer Party zu sehen, wie eine Frau, wie ein Mann dazu führen kann, dass er einen sicheren Pol kreiert, dass drei, vier Frauen sich komplett spüren dürfen. weil sie wissen, er ist hier und er schirmt sozusagen diese anderen Dudes, die dann grapschen ab. Weil eine Frau, die zum Beispiel immer begrapscht wird, die kann sich nicht fallen lassen, die kann gar nicht so geil tanzen, die ist dann eher so ein bisschen so auf Alert. Aber wenn dann ein Mann, der ein guter Freund von denen ist und die auch nicht irgendwie, was mit denen vorhat, der kann dann dafür sorgen, dass viel mehr Frauen sich spüren können. Das heißt, das ist für mich auch so eine, auf dem Dancefloor sehe ich zum Beispiel auch extrem, wie diese Polaritäten funktionieren. Ja, es ist interessant, dass du sagst, der nichts mit denen vorhat, da würde ich eher sagen, vielleicht würden die wollen, dass der was mit denen vorhat, weil wenn er doch so ein guter, sicherheitsausstrahlender, haltgebender Mann ist, dann wäre doch, würde die Frau interessant, zu sagen, okay, warum will der mich nicht? Ja, das ist dann die Frage, also das ist ja das Spannende, oder? Je weniger du etwas willst und brauchst, desto mehr kommt es zu dir. Das wird dann passieren, genau. Und das passt auch perfekt zum ADHS-Brain, weil der höchste Dopaminausstoß entsteht immer dann, wenn du etwas kriegst, was du nicht erwartest. Noch höher, als wenn du kriegst, was du willst. Das heißt, die Lektion daraus wäre, nichts mehr zu erwarten und dann alles, was du bekommst, ist ja… Aber 100 Prozent im Moment alles zu geben. Ohne was zu erwarten. Das ist sauschwer. Das ist die höchste Disziplin in allem. 100 Prozent zu geben, ohne dabei was zu erwarten. Ja, das ist interessant. Ich finde, das Attribut, wenn ein Mensch nichts von mir will, ist was Gutes. Und auch ich merke das, wenn ich jetzt irgendwen treffe und… Nichts von mir braucht, oder? Ja, genau, nichts von mir braucht oder will, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn… Weißt du, ich mache jetzt einen Podcast mit dir und eigentlich will ich jetzt hier, keine Ahnung, so ein Chainless-Life-Programm von dir haben. So, und wenn ich jetzt… Was muss ich jetzt machen, dass ich das irgendwie günstiger bekomme oder vielleicht sogar umsonst? dann hat das wieder eine Agenda und das ist unrein und so dann ist es eigentlich, die Diskussion, die wir haben, ist gar nicht richtig die Diskussion, weil eigentlich habe ich im Kopf, ich will was von dir. Und dieses loszulassen, ich will von keinem was und das macht mein Leben deutlich besser. Ja, das ist das Mittel zum Zweck, wie Kant sagen würde und das ist das, was sehr intuitive Frauen immer spüren bei einem Dude, ob er eine versteckte Agenda hat oder nicht. und das ist eben das Ding, oder ich gehe auf eine Frau zu, weil ich sie mega interessant finde und ich habe keine Ahnung, was jetzt der nächste Step sein wird, aber ich muss jetzt einfach dahin, weil ich will. Das heißt, ich gebe alles, ich tue nicht so, als würde ich sie nicht geil finden, weil das wäre dann auch wieder fake. Ich möchte aber nicht irgendwie was kreieren und das, was ich früher gemacht habe, war eben eher so zu tun, als wäre es nicht so interessant und das runterzuspielen und das merkt sie auch. Also das heißt, Frauen sind, wenn die intuitiv sind, wenn die nicht in ihrer letzten Beziehung massiv gegaslighted wurden von ihrem Dude, was ja auch oft passiert, der Dude macht das auch nicht bewusst, dass ein Mann gaslightet seine Frauen oft nicht mal bewusst, weil er selbst nicht spürt. Das heißt, Kannst du mal ein Beispiel geben, wie das ablaufen würde? Ja, im Sinne von, sie spürt etwas, sie spürt zum Beispiel, du lügst gerade oder du bist gerade dir nicht sicher und du tust so, als wärst du dir total sicher. Oder sie hat irgendwie etwas, was sie bei dir sieht und du streitest es einfach ab. Nicht, weil du lügen willst, sondern weil du einfach gar nicht weißt, wie es dir wirklich geht. Und sie, und dann versuchst du sie vom Gegenteil zu überzeugen, bis sie irgendwann sich von dir sozusagen rein dominieren lässt in diese Weltanschauung, in diese Realität. Also du ziehst sie wieder in deine Realität und dadurch verliert sie immer mehr die Intuition, die eigentlich da ist. Und das passiert natürlich auch im Kindesalter sehr oft mit unseren Eltern, dass unsere Eltern uns zum Beispiel nicht validieren in unseren Gefühlen, in dem, was wir jetzt gerade für richtig erachten. Und das ist, glaube ich, der häufigste Grund, warum auch so viele Jugendliche dann Issues haben in der Schule, weil sie eben gar nicht, also wie sie gar keinen Radar mehr haben. Ja, also. Interessant. Ja. Ja, kann ich mir genau vorstellen, wie das abläuft, wenn du dich selbst nicht spürst, dann sagt deine Freundin, du bist ja ganz, du bist ja irgendwie komisch. Ich bin nicht komisch. Also ich war das früher. Ich habe mich früher nicht gespürt. Meine Freundin so, warum bist du so wütend? Ich so, ich bin nicht wütend. Okay. Okay. Ja, ja, ist krass, ist krass. Last but not least, um es nochmal zum Anfang zu bringen dieses Gesprächs. Du hast einen geilen Podcast jetzt aufgebaut. Du hast jetzt auch so ein Business-Modell, da habe ich jetzt gesehen, dass du Leute auf den Podcast holst, die dann diesen Podcast sponsern. Genau, das habe ich mal, das habe ich überlegt, das ist auch immer noch eine Überlegung. Hat aber bisher noch nicht stattgefunden. Okay, das hätte mich interessiert, weil. Nee, nee, ich habe auch da, was heißt auch da, sorry, mach deine Frage gerne zu Ende. Ja, also, weil ich mir eben vorstellen könnte, dass das wieder so ein Mittel zum Zweckgefühl dann wäre, vielleicht auch, oder? Ja. Also, ich mache Podcast um zu Podcast. Achso, das ist ganz wichtig. Also, ich will nicht Podcasten um zu. So, und ich glaube, wenn man etwas wirklich Großartiges aufbauen will, großartig im Sinne von, das ist wirklich die bestmögliche Version, dann darf es keine Sekundärziele geben. Im Sinne von, okay, also, wie ist denn die Monetarisierungsstrategie? Also, nicht wie, der Podcast ist quasi die Marketingstrategie für das Produkt und nächstes Jahr, dann launche ich, keine Ahnung, den... Wie du einen Podcast aufbaust. Genau, wie man Podcast, lustigerweise weiß ich ja relativ viel davon. Aber ich habe dann, also, ich habe ja hier, siehst du das Studio, ich habe einen Mitarbeiter. Ich habe das vorher so gemacht, dass ich aus meinem, also meiner Firma Geld gezogen habe, um das alles zu finanzieren. So, und dann habe ich aber gemerkt, dann lief es mit der Firma irgendwie in Zeit lang nicht so gut. Und dann dachte ich, okay, scheiße, jetzt muss ich dann wieder in der Firma zurück. Und dann kann ich aber weniger Podcast machen. Und das heißt, die Überlegung, wie kann man den Podcast unabhängig machen, sodass ich quasi podcasten kann, ist halt der höchste Wert für ein Sponsoring, es eigentlich hier aufzutreten. So, und das war die Grundidee. Dann habe ich so eine Form gemacht, habe das gesagt, hey Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr. Ich habe auch ein paar Mails dazu bekommen. Ich habe die halt nur nie beantwortet. Weil ich habe mir gedacht, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie, also ich glaube, dass es noch, also es ist einfach noch zu früh im Sinne von, wenn ich ein Team habe, was das für mich alles arrangiert. Aber ich will halt nichts von irgendeinem wollen. Ich will keinen Sales Call machen. Nein. Und es muss auch passen am Schluss. Genau. Es müssen ja immer noch irgendeine Personen sein, die trotzdem auch interessant sein könnte. Genau, aber das ist in dem Moment, wo du dann den Price Point bezahlen kannst und sagst, pass auf, das ist für mich sinnvoll, ist das eine Selbstselektion. Ja, okay, spannend. Das heißt, irgendwie müssen die krass genug sein, dass sie das finanzieren können. Und das ist eine. Und für die einen Sinn darin sehen, weil die würden ja nicht hingehen und sagen, ich will in einem Kaffeetassen rühren, sondern hier ist meine Geschichte und ist doch geil. Und das glaube ich, dass das mittelfristig auch sehr, sehr gut funktionieren wird. Aber du siehst hier im Studio, die Akustikabsorber sind noch nicht richtig fest, die Farben passen noch nicht, die Kabel sind noch nicht richtig geil verlegt. Das ist was, wo ich denke, das muss einfach alles stehen und geil sein. Und dann können wir die nächsten Schritte gehen. Noch ein paar kurze Bullet Questions zum Schluss. Die kannst du sehr kurz und knackig beantworten. Was war dein größter Fehler, den du am Anfang gemacht hast mit dem Podcast? Ich habe gedacht, ich wäre kein YouTuber und müsste mich nicht an die Regeln des YouTube Games halten und habe dann aber gemerkt, das, was einen guten YouTuber ausmacht, macht halt auch einen guten Podcast aus. Sehr wichtig, sehr wichtig. Danke dafür. Was ist der größte Hebel, den es bei dir jetzt gegeben hat? Ein einzelner... 100. Das YouTube Game, also Titel, Thumbnail, ersten 30 Sekunden, erste 5 Minuten, welche Gäste, wie gut läuft das Gespräch mit den Gästen, wie stark gehen die Gäste in die Eigenvermarktung und sagen, hey Leute, ich habe einen coolen Podcast mit dem Ben gemacht und das, wenn man das alles gut spielt... Ja, also stellst du da auch sicher, dass die das wirklich auch vorher zusagen, dass die Eigenvermarktung... Habe ich dich gefragt, ob du das... Nicht, nee. Genau. Nee, mache ich aktuell nicht, weil dann bin ich ja wieder in so einem... Ja. Ich will was von dir. So, okay, wir machen das jetzt, aber dann bitte, bitte, bitte dann poste das auch. Ja, im Sinne von so, hey, wir haben einfach viel mehr Potenzial, wenn wir es beide posten. Genau. Ja. Ich würde das dann schon nicht sagen, wenn wir dann fertig sind mit einem Post-Bross in der Folge, sage, hey, das wäre cool, wenn du das machen würdest, aber ich gehe meinen Gästen dann nicht zu hart auf den Keks mit, weil dann ist wieder, hey, bitte tu doch was für mich. Nein, das wird passieren, wie es passieren wird. Ja, letzte Frage, Ben. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Und wenn du jetzt aber erahnen könntest, was wäre diese eine Skill oder dieser eine Wissensbereich, der deinen Podcast nochmal 10x'en würde, der deine Arbeit noch viel mehr impactful machen würde, was könnte das sein? Ich glaube, selbst zu inneren Frieden und Weisheit zu finden, das ist komisch, aber was gibt es für Hebel, haben wir ja gerade besprochen. Also es ist ganz wichtig, dass du hier reinkommst und irgendwie entsteht ein cooles Gespräch. Wie auch immer das ist, das kann, das hat tausend Faktoren. Das hat von, ey, ich hole dich unten an der Tür ab, ich begrüße dich. Da hat er lustigerweise gut gerochen. Ich sagte, dass du gut riechst. Das war nicht der Gameplan. Checkliste. Aber genau diese Checkliste gibt es nicht. Aber das, in dem Moment, wo ich denke, oh, der Podcast ist wichtig, ich bin also je angespanter, du würdest sagen, je mehr ich in meine maskuline Energie gehe, das muss gut werden, ich muss an diese 17 Sachen denken, so, desto schlechter wird der Podcast. der besser am 10x wird, in dem Moment, wo ich mich fallen lassen kann, sagen, all right, ich gebe dir die Ruhe und ich schaffe diesen Raum, dass du dich öffnen kannst und auf der emotionalen Ebene und gleichzeitig intellektuell, verstehe ich, das sind die Punkte, das hat er gesagt, da muss ich noch dran denken und das wäre der Punkt und da habe ich das nicht verstanden, sag mir das noch mal. So, und wenn ich das schaffe, also quasi Herz und Hirn, rechts und links und eine Gesamterfahrung zu schaffen, dann potenziert sich das ja von alleine, weil es kommen hier, die Leute kommen ja von alleine und es kommen regelmäßig Leute und das ist der Faktor, wir können jetzt das Bild nicht noch krasser machen, wir können auch nicht den Ton noch krasser machen. So, und jetzt, wenn ich Olaf Scholz habe, so, dann ist das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, aber das, um den Pod, dann habe ich halt einen Podcast mit Olaf Scholz. Ja. Aber dann ist die Frage, was ist denn der Nächste? Also, das ist ja so ein bisschen, also wenn man nach den Stars zu sehr greift, dann ist das ja wie so eine Droge. Ich brauche einen Großen, ich brauche einen Großen. So, das Ding ist ja, der Podcast soll ja geil werden und wenn jetzt nächste Woche Stefanie Müller mit einer krassen Geschichte kommt, wer auch immer Stefanie Müller ist, dann muss der Podcast genauso funktionieren, wie mit Olaf Scholz. Und da ist quasi die Konstante, ist ich, die in irgendeiner Weise inneren Frieden und Weisheit hat, das so zu machen, das geil wird. Geil. Nochmal ganz kurz, dass ich es nochmal für dich auch habe. Du, der diesen Raum hier schaffst, das ist dein Masculine. Dass du hier guckst, dass alles läuft, dass alles geil aussieht. Raum halten ist komplett maskulin. Oder Raum schaffen, Raum halten. Und dann können wir uns hier komplett fallen lassen. Das ist mega geil. Das ist dieser schöne Ausdruck. Das heißt, das Formlose verändert sich nie. Das ist das Maskuline im Tantra. Das Formlose, das sich nie verändert, das schon immer da war und immer da sein wird. Und die Form, das Shakti, das sich bewegt, das sich immer verändert, das immer in Bewegung ist, das ist das Feminine. Wenn du das mal so ein bisschen für dich erforschst, das ist echt krass. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch extrem Danke sagen. Nicht nur für diesen Raum, den du heute hier zum zweiten Mal mir gibst, sondern auch für die Inspiration, weil ich habe das Gefühl, seit ich dir ein bisschen mehr zuhöre, bin ich auch nochmal mehr inspiriert worden, meinen Job als Host besser zu machen. Ich sehe dich jetzt nicht irgendwie als Konkurrent, sondern eher so als jemand, der es einfach besser macht und ich deswegen sehe, oh, ich kann es auch immer noch viel besser machen, weil ich sage es auch, wie es ist, du bist der einzige deutsche Podcast, den ich mir reinziehe, sonst bin ich nur auf dem englischen Markt unterwegs. Das freut mich sehr, das ehrt mich sehr und ich will jetzt gar nicht versuchen, das runterzuspielen. Ich habe mittlerweile gelernt, Komplimente anzunehmen und danke dir sehr herzlich für. Ich habe das genauso, als du hier da letzte Woche rein bist, ich sage, Benjamin, du musst mehr trainieren, du musst cleaner essen. Diese ganze Scheiße, das geht nicht mehr. Und ich weiß, du willst nicht der Bodybuilder sein, aber das ist das, wo ich denke, ich will auch Aquaman sein. Genauso wie du. Und da hängt ja noch das alles dran mit Kupangar, dass du das schaffst, das halt über deine Community aufzubauen. Da hängt ganz viel dran, aber für mich das, wo ich denke, Misha, ich will das auch. Und das halt, ich dachte, okay, wenn ich einmal in der Woche einen Podcast mit dir machen würde, ich würde einfach nie wieder Schokolade essen. So einfach, weil ich das sehe und auch lustigerweise wirst du mich da auch nicht als Konkurrenz betrachten. Aber ich meine, wie cool ist das, dass wir hier als zwei Podcaster und jetzt bist du der Podcaster quasi sitzen können und ich denke nicht, ich darf dem nichts sagen und ich sollte dem das Geheimnis nicht verraten und du denkst, was kann ich von dem noch, was kann ich dem klauen und dann, sondern du versuchst das geil zu machen, ich versuche das geil zu machen. Du willst nichts von mir, ich will nichts von dir im Sinne von, hey, das muss ich noch mitnehmen und dann, ne, und das wird geil. Ja. Das ist doch mega. Ja, ich finde, wir brauchen nichts voneinander, aber wir wollen doch ein paar Sachen. Das ist schön, weil ich, ich zeige dir das sehr gerne, dass ich Sachen von dir will und du hast immer noch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Genau, also meins ist Wollen im Sinne von halt eine Stärke, genau ein Ziehen, so, hey, quasi, wenn das, also hier nimm, was kann ich dir noch Gutes tun, sozusagen, also ich gebe dir gerne, aber ich will nichts von dir quasi, ich gebe dir das, aber dafür, lieber Michel, behalt das beim Köpfchen und beim nächsten Mal, nee, das nicht. Und das ist ja, das ist doch geil, das ist doch für uns alle cool. Danke fürs Gespräch, Ben. Danke, Michel, dass du da warst, das zweite Mal und ich schicke dir die Pfeilzelle zu. Geil. Merci. 12. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020